so hallo und herzlich willkommen auf portas bluff review oder christian koch wir ich begrüße erstmal mein gast der filmflos heute da hallo schön dass du da bist und wir schauen heute die oscars 2022 naja jetzt haben wir noch kein zuschauer deswegen immer noch kurz warten also ob jetzt überhaupt jemand kommt meine ich habe im letzten jahr habe ich als zuschauer selber bei die immer wieder reingeguckt da waren schon welche am start definitiv so ich weiß gar nicht mehr ich habe ich habe da oben gar nicht so recht hast doch geguckt ja wie fangen wir denn an also jetzt haben wir quasi noch eine stunde red carpet vor uns wo steven gehtchen wieder anglizismen rumwirft und leute interviewt und dann geht es eigentlich schon los hast du eigentlich vorher was gelesen ob jetzt diese kategorien wir haben zuschauer herzlich willkommen im stream herzlich willkommen bei den oscars 2022 wir heißen euch willkommen wir besprechen gerade wie das abends so ein bisschen abläuft wie gesagt in einer stunde geht die offizielle preisverleihung durch bis dahin reden wir hier ein bisschen weißt du eigentlich welche kategorien jetzt nicht gezeigt werden oder hast du dich da informiert war nee ich habe tatsächlich erst mal im internet geguckt dass ich eine komplette liste habe wo ich tipps abgeben kann weil irgendwie ja die meisten seiten der meinung sind mir wichtigster oder bester hauptdarsteller und so weiter das war eine vollständige liste wäre schon schön die auch einig gefunden zu haben aber war irgendwie so ja okay ja ich würde sagen im vorfeld können wir quasi unsere favoriten sagen also wir wollen vorher jetzt quasi euch schon mal erklären wenn wir gerne nehmen würden und würden jetzt sage ich würde sagen wir gehen einfach kategorie für kategorie durch ihr könnt das ganze live gucken wir gucken auf prosieben quasi gerade im moment ist steven gehtchen offen und teppich und versucht irgendwie will smith ranzukriegen der für king richard nominiert ist eine frage habe ich tatsächlich noch an dich und zwar bin ich nicht sicher ob sie es ernst meinen oder es wirklich nur einfach so eine twitter frage war und zwar ultimate vier moment ultimate was ultimate moment ist das ganze damit waren dann was wir mal im zählen drei vier fünf filme gemeint die den ultimativen film moment für dich beinhalten okay war mir sicher ob es einfach wirklich eine allgemeine umfrage ist von den academy awards weil das haben die halt getwittert oder ob das wirklich jetzt ein preis dies jahr sein soll irgendwie der neu eingeführt ist ich bin gespannt ich bin auf jeden fall gespannt erst mal hallo an dennis v oder fünf und creative diorama world die sind jetzt auch da moin wir haben sie schon früh und genau wenn irgendwas hier nicht passt uns wir haben unsere fernseher recht leise gemacht sagt was ansonsten machen wir so weiter genau wir schauen mal rein ich würde sagen wir gehen einfach die 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 kategorien durch und dann sagst du deinen favoriten dann ich okay und dann machen wir so alles klar ich mache das hier aus das ist der erste die erste kategorie nominierte bester nebendarsteller weder hast du da ausgewählt und eben auch bei den kommentaren ihr könnt gerne dazu schreiben einfach die kategorie und wenn ihr davon nehmen würdet man nur im gucken weil bei mir fängt mit hauptdarsteller aber es wird gerade auch und eingeblendet wenn du siehst ja da habe ich tatsächlich belfast genommen ich auch belfast ich finde das ist ein super schauspieler und das wird finde ich zeit dass der endlich mal anerkennung kriegt weil der ist so ein markantes gesicht und so guter schauspieler und ich meine ich habe den film zwar echt noch nicht gesehen muss ich zwei dazu geben weil ich den kino verpasst habe dann ich irgendwie bei uns in den programm kinos aber der typ macht schon so viele jahre geile geile filme und zwei spiele in münchen war es so super gut deswegen hoffe ich dass er gewinnt und muss auch bei den anderen nominierten jesse plämmt ich hasse ja power of the dog so power of the dog ist übrigens mein hass film nummer eins dieses jahr ich werde kein ich hasse wenn der einmal gewinnen drastisch komplett aus warum weil ich den hast den film ich finde ihn fürchterlich ich finde den langweilig ich finde ihn aufgesetzt ich finde prätentiös ich finde den ich finde es ein fürchterlicher film und ich hoffe dass der nicht gewinnt wenn der heute gewinnt dann schmeiß ich irgendwas aus dem fenster weil letztes jahr hat er schon nomadland gewonnen und den habe ich auch gehasst wie die pesten für okay und jk simmons im bing der ricardus da war echt gut aber ich fand das ist so eine kleine rolle und da hat echt nicht viel zu tun ich finde das ist überhaupt keine nominierung wert gewesen es war gut gespielt aber ich finde es einfach nicht stark genug so genau und code aber natürlich auch schön ich glaube der wird auch gewinnen mit dem deshalb gehörlos der wird wahrscheinlich gewinnen und ich möchte die leute daran erinnern die haben ja gesagt es war noch nie ein tauber schauspieler gewonnen es stimmt aber nicht 1986 hat marley madlin gewonnen für gottes vergessene kinder die frau von damals er die freundin damals von william hört der grad gestorben ist und die hat 1986 schon den oscar gewonnen als taube frau das ist darf man nicht vergessen ich glaube bis jetzt das erste mal als mann aber das kann man jetzt ja nicht also ich würde sagen als schauspieler sind ja männer und frauen egal oder ja und das war übrigens auch damals gottes vergessene kinder übrigens damals der erste film wo eine frau für regie nominiert wurde oder ein film von der frau für bester film genau so okay aber das geklärt wie gesagt kommentare das haben wir hier mtx ist da high oder mtx genau du kannst natürlich auch gerne deine favoriten abgeben wir haben gerade beste nebendarsteller gemacht mein film ach so mein hass film ist übrigens power of the dog habe ich schon gesagt und mein film nummer eins wo ich jetzt einen daumen drückt ist seht ihr unten hinten schon unschwer licorice pizza ich hoffe dass der alle seine vier dinger gewinnt so da haben wir jetzt als nächstes haben wir bester nebendarstellerin habe ich mal gespannt wie du da genommen hast ich muss tatsächlich sagen ob hauptdarstellerin oder nebendarstellerin ich bin die frauen insgesamt irgendwie stärker von der von den listen her mit neuem gucken bei mir ist es wir haben ja noch ein bisschen zeit da haben was nebenrolle sagtest du ne ja da habe ich auch judy dench für welfast sehr schön ich habe das nicht mal kurz gucken ich habe es auch noch nie hier markiert ich wollte ich würde es der ariana de boss von west side story können den film mag ich übrigens auch nicht aber sie war echt gut und ja aber ich habe auch zwischen ihr und judy dench übrigens geschwankt deswegen hoffe ich dass da einer von den beiden gewinnt aber ich nehme mal an hier wird auch jemand von power of the dog gewinnt aber dann raste ich aus hoffen man nicht wie gesagt auch alle die zuschauen ihr könnt gerne reinschreiben was eure favoriten sind als nächstes haben wir hier beste animierter kurzfilm da kann ich nichts zu sagen da habe ich kein gesehen von ja habe ich tatsächlich auch kein von gesehen aber nur vom hören sagen ja die habe ich jetzt bestia getippt okay dass du was hast du jetzt bestia ja okay bin ich mal gespannt gehen wir gleich weiter zum nächsten habe ich ja bestes kostüm design cruella cyrano june nightmare ellie oder west side story ja muss ich dir ganz ehrlich sagen da habe ich mich schwer getan weil ich finde bestes kostüm design so richtig überzeugt haben mich weder cruella noch june norwest story fand ich ganz schwierig aber ich habe dann überlegt da waren doch einige schöne rüstungen mit details und so weiter habe ich mich am ende doch für juni entschieden für juni ich habe mich für nightmare ellie entschieden weil ich fand dieses set dieses dieses was waren das 30 oder 50er jahre dieses ganze zeug auf dem rummel und so und dann auch wo sie daran die heiße seite gegangen ist ich fand das war allgemein sehr schön durch design der film wie man bei glielmo del torio erkennt deswegen und den fand ich auch recht gut denn den gönne ich auch jeden award der heute gewinnt weil ich von den echt gut in film genau auf dem roten teppich ist auch glaube ich gerade die dame die nominiert ist die eine der mitspielt bei coda auch und übrigens die hauptdarstellerin die gewonnen hat führt also als als stumme frau damals wie freund erwähnt habe die spielt auch in coda mit also von 1986 die 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 marley madlin ok ja weiter zum nächsten film nominiert live action kurz film da habe ich auch kein gesehen das ist immer so eine kategorie die kriegst ja meistens nicht zu sehen die kurz filme keine ahnung ja es ist wirklich so ne ich gucke mal eben kurz bei mir ja habe ich so long goodbye genommen ja ja im chat sich auch dune und nightmare ellie favoriten wahrscheinlich für kostüm design was wir gerade hatten sehr schön als nächstes haben wir beste original musik da habe ich mich auch echt schwer getan also wir haben hier don't look up nicolas pretell dune von hans zimmer in chanto von germain franco parallele mütter von alberto iglesias und power of the dog von johnny greenwood ja ich habe eigentlich das wirst du auch ganz oft bei mir hören auch da habe ich in kanto genommen weil ich glaube in kanto ist ein ziemlicher favorit okay ich habe jermain quatsch parallele mütter von alberto iglesias genommen weil der hat schon so viel zeug gemacht und ich glaube das wäre auch mal cool wenn er gewinnt und ich mache mochte dune überhaupt nicht und dort look up auch nicht alle hat er auch so die negative meinung über die filme so ein bisschen mein mein dings gekreuzt normalerweise würde ich johnny greenwood gönnen der die ganzen tollen scores auch gemacht für paul thomas anderson und unter anderem auch das einzige kleine stück das in licorice pizza läuft aber ich kann es einfach power of the dog einfach nicht gönnen ganz ehrlich die dune nominierung kann ich nicht nachvollziehen weil für mich hat der film soundtechnisch nichts tolles gehabt ja gut wir feiern natürlich immer hans zimmer ab ne also da macht er irgendwie eine esoterische stimme drüber und so ein paar bonkos und auf einmal ist es ja dann haben wir hier im chat jetzt auch joshio das angekommen hallo 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 genau wir haben jetzt hier die musik besprochen wie gesagt ihr könnt auch gerne mal favoriten denn am besten wenn er noch ganz kurz die kategorie oben hinschreibt damit man nicht durcheinander kommt jetzt haben wir bester sound als bestes sound design da mal belfast june james bond die power of the dog oder west side story ja da haben wir haben ist auch bester story bester story aber sagt jetzt bester sound weil es musical ist irgendwie sagt mir das gefühl dass ihr habt ich nehme hier tatsächlich james bond keine zeit zu sterben ich finde er hat eine absolut geile sound abmischung so viel coole effekte und also für der atmos ton auch am anfang diese szene wo er so ein hörscher so ein hörschaden kriegt von der explosion und man hat alles so gedämpft und so und auch die action sehen ich fand das alles sehr schön also das aber sound ich meine die werden wahrscheinlich alle coolen sound haben jetzt also geht es ja wirklich um den ton an sich und das ist alles super glaube ich genau so als nächstes bestes adoptiertes drehbuch da mal koda drive my car june noch frau im dunkeln und power of the dog da habe ich power of the dog genommen okay genau das passiert ja auf dem buch ne und ich habe da genommen mackie chillenhall für ihren film hier frau im dunkeln da bin ich gespannt was daraus kommt dann haben wir natürlich als nächstes logischerweise die königskategorie eine bestes drehbuch original drehbuch darmer bellfast von kenneth brenner über seine jugend don't look up von adam mckay und david c rota king richard licorice pizza paul thomas anderson und the worst person in the world dass der einer der filme aus norwegen der ist dann wird auch für bester für bester fremdsprachiger film nominiert ja und da muss ich sagen also belfast sage ich direkt vorab habe ich nicht für bester film aber ich denke schon bestes original drehbuch weil er das ganze aus seiner jugend damit reingenommen hat könnte ich mir vorstellen könnte mir auch vorstellen aber ich bin da eindeutig für licorice pizza weil wie gesagt mein lieblingsfavorit und ich hoffe dass der alles alle seine vier trophäen gewinnt wisst ihr wer neben steven gehtchen am red carpet das ist glaube ich eine amerikanische korrespondentin die hilft ihm so quasi die stars ranzubringen weil die sich so auskennt und so ja die sie helfen sich immer gegenseitig so ein bisschen kenne ich aber persönlich auch nicht so als nächstes haben wir bester schauspieler jetzt interessant javier badem being the ricardo's benedict camberbatch power of the cock andrew garfield tick tick boom will smith king richard oder denzel washington in macbeth ja da habe ich jetzt gehört dass will smith heiß gehandelt wird aber ich würde mir irgendwie benedict camberbatch wünschen warum nee ich verstehe schon also ich sage ja auch so power of the dock die spielen ja nicht schlecht aber ich hasse den film einfach ich finde ich finde ich finde einfach nicht gelungen ich bin für will smith tatsächlich mal ich finde das ist auch so ein bisschen jetzt so insgesamt für seine karriere der film ist auch gut und könnte mich da auch nicht entscheidend und denn zu washington hat glaube ich schon zwei ich glaube und endro garfield muss noch ein bisschen was leisten ich finde man darf dir nicht zu früh die oscars geben sonst kriegst du voll die rückfeuerung wie bei jared lito guck mal tony hawk ist auf dem roten teppich was macht tony hawk auf dem roten teppich ach aber ein jackass 4 aber ein jackass 4 der leider heute der leider heute nicht normiert ist jetzt wo du gerade endro garfield gesagt hast wie war das dann mal bei actual rich hatte er da was bekommen ich glaube nicht oder nee ich glaube nicht das war übrigens eine kasse rolle ich fand auch nicht dass endro garfield nee klar also ja der krieg der sollte schon sein oscar irgendwann kriegen ich finde er ist echt gut aber noch nicht jetzt so dann als nächstes beste schauspielerin jessica jastain ice of tammy fay olivia coleman frau im dunkeln pedro bell cruz parallele mütter nicole kit man being the ricardos und kristen stewart in spencer ja ich habe kirsten stewart genommen weil ich finde einfach man hat ja auch immer wieder gesagt die frau hat es wirklich gut gemacht auch von der optik her der wahnsinn und wenn man überlegt wo sie herkommt mit twilight fand ich sehr sehr gut ja kann man auf jeden fall könnte ich auch unterschreiben ja aber ich bin für jessica jastain weil ich die schon immer mag und seit seit tree of life verfolge ich ihre karriere wirklich habe fast jeden film gesehen außer den comic ausput oder diesen was war das schneekönig nee was war das wo sie so eine hex oder das gespielt auf jeden fall finde ich sie dem film richtig gut ich fand den film jetzt nicht umwerfen krass also ich fand ihn gut aber sie war natürlich echt super gut drin aber ich muss auch sagen nicole kit man in being the ricardos war auch echt gut da hat es mir nur ein bisschen gefehlt so der komödiantische aspekt ist da ein bisschen zu kurz gekommen im vergleich zu den dramatischen szenen so wie gesagt ihr könnt auch gerne im kommentaren schreiben wer eure favoriten sind und als nächstes haben wir hier jetzt darf ich noch mal kurz fragen weil wegen nicole kitman ihr wird ja immer so vorgeworfen oh gott ja was hat die frau alles mit ihrem gesicht gemacht dass sie kaum noch mimik hat und so weiter dafür macht sie aber verdammt viel aus ihren rollen oder ja finde ich auch und ich finde auch letzten jahren hat sie durchaus echt tolle filme gemacht zum beispiel film der hieß destroyer da fand ich sie richtig gut oder auch mutig killing of a sacred deer und jetzt in dem film musste aber auch sozusagen sie hat ja auch ein kilo make-up drauf genauso wie jessica chastain da ist es halt so so als nächstes haben wir beste anime der spielfilm da kann ich dir auch nicht sagen ich habe keinen davon gesehen ja da hatte ich ja raya und der letzte drache genommen genau sind aber auch von disney beziehungsweise pixar in kanto und luca halt nominiert und ja ich war zwischen luca und raya überlegen aber raya hat ein bisschen mehr abwechslung was die animationen betrifft und luca ist halt hat sehr viel wasser was auch sehr gut gemacht ist aber ich denke mal raya ist da ein bisschen vielseitiger okay na da schließe ich mich der an ich kenne wie gesagt ich habe noch keine davon gesehen aber wenn du das sagst als nächstes nehmen beste kamera das jetzt interessant june greg pfizer nightmare ellie den losten paul of the dog arry wagner die tragödie von macbeth bruno de bolnell westzeit story janus kaminski ja und da war ich mir ganz schnell sehr sicher und zwar june weil das muss man im film lassen der ganz ganz tolle kamerabilder auch ja ja das unterschreibe ich auch aber doch mal ob ich den auch kopf ich den auch genommen warte 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 nee da habe ich tatsächlich die tragödie von macbeth von bruno de bonnet der glaube ich schon mit den cohn brüdern zusammengearbeitet hat für inside louis davis und ich fand ich habe jetzt den habe ich leider noch nicht gesehen aber ich habe den trailer gesehen und ich fand das waren echt beeindruckende schwarz-weiß bilder ich sehe gerade simple shepard ist auf der auf dem roten teppich und der darsteller aus koda sehr cool laufen auch ganz viele alte stars rum wie kevin kostner gesehen und echt cool wieder alles rumläuft immer so also du hast june und ich nehme macbeth der erste film übrigens der von einem kunden allein gemacht wird ivan ne wert macht ivan kohen macht diesmal nicht mit er hat keinen bock gehabt auf diese ernste intellektuellen scheiße bester dokumentarfilm hast du da ein nichts nicht so wirklich ich finde ich habe da auch ich habe nur einige davon gesehen aber die ich finde alles interessant etica fände ich ziemlich cool aber ich habe mich für summer of soul entschieden ist eines der es war so ein vergessenes konzert das wurde auch ausgestrahlt und hätte wohl wenn es ausgestrahlt worden wäre fast so eine präge wichtigkeit bekommen wie woodstock also sind ganz viele auch gerade schwarze künstler aufgetreten und wurde von dem typen von der band roots produziert und man kriegt quasi ein verlorenes konzert mit absoluten übergrößen zu sehen und das finde ich schon wirklich krasses ding gewesen also das ist auch gerade was ich gerade hier sehen weil wir sind ein bisschen zeitverzögert dieses unglaublich großen bleibt ja ist krass ich sehe gerade schon kevin kostner mit mit der cool sonnenbrille mal sehen wenn er bei dir ankommt ach so ja ich habe vorhin von der seite sind dachte er ist das dann in craig aber nie ist das stimmt jetzt mit den falten sieht aus wie dann die craig dann aber bester dokumentarischer kurzfilm den habe ich da habe ich auch kein gesehen ja da habe ich sie queen of basketball genommen okay und jetzt kommen wir zu film schnitt ich weiß nicht ob der heute übertragen wird die kategorie das kann ich dir nicht sagen dann war don't look up dune king richard power of the dog und tick tick boom den haben wir noch nicht erwähnt tick tick boom ist ja der film mit andrew garfield über die über den typen der rent geschrieben hat über seine geschichte habe ich so da ja tick tick boom alles klar da habe ich diesmal june mal gegönnt weil ich fand june hat erfrischend ähm unhektisch geschnitten ich fand da man hat sich so auf die bilder verlassen und auf das zeug und hat quasi 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 hat quasi auch sachen länger stehen lassen was man heutzutage irgendwie nicht mehr so macht und das fand ich bei tun da doch recht gut gelöst ja fand ich fand ich auch gut aber ist ja auch dem film gleichzeitig ist sehr viel angelastet worden dass er halt irgendwie dadurch sehr viel tempo rausnehmen ja klar aber das finde ich ja gerade mutig heutzutage weil heutzutage ist ja so auch wenn du irgendwie was für film macht jetzt immer schneller schneller kürzer kürzer schneller die leute müssen an finde ich immer nicht gut weil da wird man so ein aufmerksamkeits allergiker so dann einmal bester internationaler spielfilm drive my car flea hand of god luana jack in the classroom und the worst person in the world der noch der film aus norwegen der freund schon für drehbuch nominiert da habe ich sehr hand of god genommen jo ich habe die worst person in the world genommen habe ich noch nicht gesehen aber ich freue mich drauf so jetzt wird es interessant da habe ich komische entscheidungen getroffen bestes make-up und hair styling da bin ich gespannt also ich habe echt viel überlegt und bin da so ein bisschen nach ausschlussverfahren gegangen weil ich dachte der eine oder andere hat es vielleicht nicht verdient aber ich habe gesagt haus auf gucci am ende ja ja weil man da auch wirklich immer so man hat versucht hat so ein bisschen wirklich an den gucci nah ran zu kommen ich habe da so eine kleine doku gesehen können die mir zumindest vorstellen weil man es wirklich versucht hat ja also ich kann sagen also ich finde ja auch das sind sehr viele gute sachen nominiert ich meine ich gehe es nur vom handwerk aus nicht von dem film an sich aber ich habe mich tatsächlich entschieden für gott möge mir vergeben der prinz von damunter 2 also coming to america den film finde ich wirklich absolut fürchterlich also wirklich einer der schlechtesten für die ich überhaupt je in meinem leben gesehen habe ohne überträgung aber das make-up genauso wie schon im ersten teil ist einfach unfassbar wie gesagt dass da eddie murphy in den alten juden verwandelt wird entweisen wo man wenn man ihn auf der straße würde nicht eine sekunde eddie murphy erkennen würde und das so echt aussieht und das noch viel mehr in dem film also das make-up muss man schon den film können genau wie du bei haus auf gucci sagst weil ich finde haus auf gucci auch fürchterlich aber ich fand auch die kostüme da echt cool aber ich meine bei gucci ist vielleicht auch ein bisschen so da kann man sich aber auch sehr orientieren also die figuren gab es ja und die haben ja die sachen da kann man ja alles ein bisschen nachbauen weiß ja nicht aber als cool wobei ich sagen muss wenn man natürlich nach heutigen stand gehen würden und der noch mit drin wäre dann wäre es für mich eigentlich gern colin forrell in the batman ach so ja das war auch ein tolles make-up ja auf jeden fall michael meyer schreibt best her styling her naja herr wäre natürlich gut aber der ist ja leider schon ein bisschen älter so als nächstes haben wir bester song wie ihr live aus king richard was das uruguaytis aus entstander down to joy aus belfast no time to die james bond hier bin ich eigentlich schon so und zusammen wo sam how you do aus for good days was hast du da wenn ich es bei ihm wieder suchen samuel jackson ist da gerade auf roten teppich der hat übrigens denn dieses jahr bekommen den ehren oscar der worte aber nicht über der wird nicht übertragen den haben die leute schon bekommen habe ich auch in kanto genommen okay ich habe down to joy aus belfast genommen weil wenn morrison das gemacht hat und ich wusste gar nicht dass der noch lebt und ich habe das lied angehört und es ist wirklich ein richtig guter song auch wenn ich den film ohne den film ist das auch richtig geiler so aber ist nicht entstand auch wieder so ein sehr disney mäßiges musical ding ja sie hat auch so seine seine momente die da sehr instrumental gehalten sind dieser der wird sehr sehr im vorfeld auch schon hoch gehandelt marfa ok dann aber jetzt bestes produktions design june weit mehr ellie power of the dog tragödie von macbeth west side story was nimmst du da power of the dog kann einfach dann für nicht gewinnen also im vergleich zu einem anderen film habe ich nun genommen okay ich habe da glaube ich auch tun aber lass mich noch mal gucken ich habe auch da nightmare ellie genommen wie gesagt auch wie gesagt die jahrmarkswelt dann die welt mit dem schloss von dem reichen typen dann die welt in der high society wo er dann betrügt aber ich meine aber ich verstehe auch west side story und june also june hat auch sieht natürlich auch alles ziemlich krass aus muss ich sagen ja nachher der bemerry ach ja er enttäuscht wieder nicht sehr schön so jetzt haben wir beste visuelle effekte dune free guy james bond chung chi und die legende der zehn ringe oder spiderman no way home ja kam für mich von allen filmen ich weiß gar nicht warum free guy unbedingt drin sein muss aber gut ich habe june am ende auf jeden fall genommen da habe ich auch die ungenommen und vor allen dingen weil der effekt typ aus deutschland kommt das finde ich richtig cool der hat tatsächlich die visuellen effekte gemacht hat und hier reden wir auch von richtigen visuellen effekten ja das der macht viel live also der macht auch viel also alles echt so das ist kein kein computer dude das finde ich cool und er hat auch schon die effekte gemacht für blade runner 2040 und hat da auch schon gewonnen gert heißt der glaube ich aber war da vorhin auch schon interviewt auf dem roten teppich also june auch zwei deutsche beteiligt hans zimmer und der gert von den visuellen effekten ja michael schreibt gerade im chat spidey sieht ihr da bei die ja also den film mag ich auch nicht so wirklich aber ich die effekte waren schon gut das muss man schon das muss man absolut sagen so tammer königskategorie bester regisseur kenneth brenner welfast riosuke hamaguchi drive my car paul thomas anderson licorice pizza jane campion power of the cock und steven spielberg west side story ich habe jetzt außer welfast und west side story habe ich mit den anderen leider nicht so beschäftigt deswegen habe ich welfast genommen okay ich habe auf jeden fall licorice pizza paul thomas anderson ich mein komm da muss endlich mal einen oscar kriegen boogie nights der will be blatt magnolia es wird langsam mal zeit genau und jetzt kommen wir zur letzten kategorie für unsere deutschsprache dann kommt man ein bisschen roter teppich weiter bester film belfast codar don't look up drive my car june king richard licorice pizza nightmare alley power of the dog oder west side story sagst du da jetzt mich gespannt was ist dein bester film moment ich guck mal hier was ist der film was hat ich da genommen also bei mir kann man sich ja denken ja power of the dog nein hast du nicht genommen doch nicht genommen dafür bringe ich dich um meiner ist licorice pizza er nehmt wirklich power of the dog aha mein absoluter mein absoluter hass film dieses jahr okay aber ich glaube deiner hat die besten chancen weil er am besten besprochen wird und am besten glaube ich gerade reputation hat glaube ich wenn jetzt aber auch noch power of the dog gewinnt dann tötest du mich zweimal genau dann komme ich fahre ich zu dir und dann geht's ab so da haben wir alle kategorien durch wer es erst später eingeschaltet hat ihr könnt gerne noch eure favoriten schreiben oder dann auch während der show schreiben wenn ihr da gern sehen werdet was ich noch fragen wollte falls du da was hast fehlen dir dieses jahr filme auf der liste ist findest du dass irgendetwas übergangen wurde wenn du nachdenken willst kann ich auch anfangen ich finde da sind schon viele filme berücksichtigt die auch so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen auch kommerzieller behandelt worden sind also ich würde jetzt speziell nichts unbedingt vermissen ne das nicht also ich würde so bei also ich hätte zum beispiel last night in soho vermisst vor allem bei produktions design oder kostümen christian wir müssen über last night in soho reden ja gerne ich habe den mir angeguckt und spätestens bei der szene wo sie halt wirklich wegfährt mit dem zug ja und wie das kameratechnisch gefilmt war dachte ich okay ich gucke hier wirklich was ganz besonderes also der film hat mich da schon gehabt und ich dachte geil da und dann habe ich den weiter geguckt das ist wirklich ein schön gemachter film auch von den effekten von der atmosphäre alles perfekt schauspiel genial als der finden aber zu ende war habe ich gedacht so story technisch habe ich da echt einige schwächen gesehen dachte wenn dieser film nicht so gut gemacht wäre von der handarbeit her dann wäre es wirklich kein besonderer film was die story betrifft ja gut aber dass das da also die umsetzung das macht ja den film aus das war ja auch schon bei bei baby driver so wenn du jetzt die story siehst an sich ist die ja nicht stark so aber weil es halt so toll umgesetzt ist ne ist halt edgar wright aber ich rede jetzt hier zum beispiel von von produktions design da müsstest du doch auch sagen dass last night in soho oder kostüm da schon was schon was reißen könnte hier auf den oscars gerade gegen die filme die nominiert sind naja das das definitiv also ich denke nur einfach wenn jetzt wirklich ganz andere macher den denselben dieselbe story verfilmt hätten irgendwie da wäre der film sehr viel schwächer gewesen ja natürlich aber ist ja ein edgar wright film also zum beispiel du künstler auch once upon a time in hollywood wenn du den aufschreibst klingt ja gar nicht spannend aber das ist ja das wegen regie und so ne also die machen das ja besonders joshu schreibt nomadland ist heuer nicht dabei glück gehabt ja absolut aber wir haben dieses jahr power of the cock und wenn der gewinnt ich genauso durch so damit ich habe wirklich am ende von von last night in soho wirklich gedacht so so was ist jetzt so ja das ist manche dinge waren auch nicht irgendwie zu ende gebracht so ich wusste zum beispiel nicht so okay sie ist jetzt eine ganz tolle kostüm designerin ähm aber jetzt war sie quasi so ein bisschen der ghost whisperer und ich habe ich habe mir die frage gestellt ist sie jetzt nur in dem fall der ghost whisperer oder sieht sie auch ganz andere sachen noch zusätzlich mal in zukunft und auch dieser dieser konflikt der immer wieder stattgefunden hat mit ihrer sag mal ehemaligen zimmernachbarin der wurde überhaupt nicht mehr aufgelöst die zimmernachbarin wurde am ende sogar noch mit eingeblendet man hat nichts mehr daraus gemacht ja ja wie gesagt ich stimme ja da so ein bisschen zu aber mir geht es halt um das ganze setting und das gefühl und da hatte ich auch bei baby driver schon so ein paar probleme äh zum beispiel die lily james da die freundin von baby driver die ist ja auch die hat ja nichts zu tun in dem film die ist einfach nur da ist einfach nur dieses liebesinteresse also edgar wright muss glaube ich ein bisschen noch an seinen skripten feilschen weil er quasi fast nur die umsetzung denkt hast du recht aber ich finde trotzdem das last night in soho dadurch in den anderen sachen so viel punktet dass mir das eigentlich egal war ich habe mich da einfach mitreißen lassen von dem flow ja den also das vermisse ich in paar kategorien und auch bei schnitt würde ich den drei nehmen und den besten film letztes jahr überhaupt für mich ist helden der wahrscheinlichkeit ist es einem dänischer film mit matz mikkelsen ja das war für mich der beste film des jahres 2021 und der ist überhaupt nicht aufgeführt genau das wollte ich auch noch mal erwähnen genau hast du noch was gibt es eigentlich dieses jahr diese fan favoriten ich habe das nicht nicht mehr recherchieren können vorher ob das ja das war genau das war das was ich noch gesehen habe wo ich mir jetzt nicht sicher war ob das jetzt irgendwie wirklich in der oscar verlagung eine rolle spielt oder ob sie es einfach nur so getwittert haben ich gibt es noch mal ganz kurz wieder es gab fünf filme die da genannt worden sind für diesen fern favoriten und das waren spider-man no way home für den spider-man team up ja für diesen moment dann gab es dream girls mit einem telling you the match matrix mit neo dutching ballets dann avengers endgame mit avengers assemble und sechster das justice league mit der flash speed force okay also es ging da um diese momente was du gesagt hast genau es ging gar nicht darum den ganzen film irgendwie zu nominieren ja gut der moment des films so gesehen ja okay und findet das jetzt statt oder nicht genau das habe ich irgendwie auch nicht so richtig herausfinden können ich war das sehen wir das sehen wir heute abend was hättest du denn da getippt ich hab ich sagt ich fragte ich erst mal was hast du getippt das war jetzt fast alles comic stuff ne ja keine ahnung ich dachte irgendwie weil es einfach so patriotisches und passt es wird wahrscheinlich erwähnt das assemble sein ja okay wahrscheinlich nehme ich auch an open elope crux star ihr mann harry badem sehr schöne frau ich wollte auch gesehen ein mega kleid und was soll ich noch sagen ja sean penn hat ja dieses jahr auch hast du welche das gelesen hast er hat ja gesagt wenn die wollen ja eigentlich die sollen ja eine live schalte machen zum selinski ukraine und hat gesagt wenn sie das nicht machen will er seine seine gewonnenen oscars einschmelzen weil er will dass die oscars flagge bekennen um mal kurz politisch zu werden was ja früher auch oft der fall war erinnert sich da an mal und brando der sein oscar von einer indianerin abholen lassen gelassen hat oder von der ich sag mal jetzt native american um auf die auf die schlechte behandlung der indianer hinzuweisen oder was war noch mal michael moore der dazu aufgefordert hat dass man hier busch absetzt und so ne das war ja auch immer schon eine politische veranstaltung und letzten jahren ist immer mehr dazu geworden vor allen dingen was so politische correctness angeht und dadurch wurde es auch immer schlechter und ich glaube dieses jahr dieses jahr wird es auf jeden fall besser war letztes jahr aber wirklich ich sag's ja das war wirklich mit abstand die schlechteste oscar verleihung aller zeiten letztes jahr weiß nicht ob du das letzte jahr geguckt hat ja ich habe es letztes jahr geguckt und dann parallel auch immer wieder mal bei dir geguckt hast du auch komplett geguckt oder nur ich weiß dass ich irgendwann abgebrochen ist es fehlte mir nicht mehr viel aber irgendwann ging es bei mir nicht mehr und ich fand es war ja das war ja so das große thema der letzten oscar show dass der oscar an nicht an nach sag doch mal black panther darsteller nicht auf den namen gott ja dass er den aus gar nicht bekommen hat das war wieder eigentlich skandalös war schon naja gut ich also ich will jetzt mal ganz ehrlich ich finde den typen ich fand den typen okay ich finde das ist ein guter schauspieler aber kein kein kennt das war für mich kein enormes talent so aber ich bin natürlich ultra traurig dass er so früh gehen musste abend auch an serie mag der gerade dazu gekommen ist oder sehr rome und hier hat jemand geschrieben erfand es ist das brauche das echt cool ja den fand ich auch cool genau wie gesagt ihr könnt gerne jetzt keine zeit eure favoriten noch reinschreiben wir haben gerade die ganzen kategorien durchgesprochen und was hat das gerade best moment oder wie das hieß mädchen moment ja jetzt muss schon wieder an disney denken die haben auch mal so ein werbesflogen auf magic moment und was mich auch wundert dass dieses jahr nicht nominiert worte west anderson für the french dispatch zumindest als produktionsdesign oder als schnitt oder so der wurde dieses jahr komplett ignoriert normalerweise ist das ja auch so ein kleiner liebling der academy ich fand den film übrigens auch sehr gut franches patch findest du man hätte effekt technisch noch irgendwo godzilla gegen kong reinnehmen können oder godzilla gegen kong ja aber ich meine bei den effekten ist halt immer so eine sache dieses jahr es kommen ja jedes jahr tausende sg sachen aus zum beispiel matrix vermisse ich überhaupt nicht weil da fand ich ja schon da fand ich ja die effekte schlechter als 1999 im ersten teil wie ich frage wie man das hinkriegen kann ja nicht nur das wollen man sehr vieles von 1999 tatsächlich reingenommen in den film seriet mark schreibt ich hoffe auf den parasite effekt und bin für drive my car ganz tolle murakami verfilmung wie schon burning ja ich weiß ja er ist sehr großer fan des asiatischen kinos und aber ich fand auch parasite absolut berechtigt letztes jahr ich fand es auch cool neben die vorletzten jahren er wird das ne genau und ja aber ich weiß nicht dieser glaube ich drive my car wird das ja nicht gewinnen nicht schlagen der greatest showman fand ich super heißt doch okay also kann doch jeder mögen was er will ich fand auch greatest showman kann man auf jeden fall mal gucken und gerade wer so musical fan ist und new jackman ist ja da auch sehr charismatisch also jetzt nicht mein film aber ich verstehe ist der ding wer den gut findet ich gebe zu ich war sogar auf der greatest showman world tour ich habe mit you jackman live angeguckt das ist doch geil ja war cool ich bin jackman auch mega sympathisch so wir nähern uns langsam der zwei um zwei mark ich glaube da geht es auch los und zwei ich bin gespannt hier ist eigentlich direkt los oder kommt dann doch mal red carpet ich hoffe dass die bringer hier auf pro sieben drei stunden oder teppich also genauso lang wie wie die show ist das finde ich echt heftig you can something wie fandest du im letzten jahr so insgesamt das setting weil sie mussten ja gewohnheit über pandemie bedingt dann so ein bisschen ausweichen im letzten jahr ich fand es fürchterlich letztes jahr wirklich alles querbeet allein schon auch ich fand es alles so steif und gezwungen und dann haben sie die ganze zeit diese geschwollenen reden gehalten und also letztes jahr war wirklich ach das war wirklich schlechte filme schlechte show aber letztes jahr war dem gar nichts irgendwie fand ich das war wirklich mit aller zeit das schlimmste ich glaube jetzt sind gerade die da von drive my car wenn ich mich nicht irre auf dem roten teppich wie gesagt ihr könnt alles auf pro sieben mit gucken wir gucken einfach hier pro sieben die bringt das ja jedes jahr und steve gehtchen ist ja auch jedes jahr am stadt moin an bond 007 ist auch gerade zugekommen ich kann ja ab und zu mal noch ich kann noch mal hier die besten film beste film nominierten einblenden und drunter steven sticht ja sehr mit seinem anzug heraus sieht man nicht so auf die farbe so ein bisschen wie dumm und dümmer und ist ja auch wieder ich glaube drive my car ja als bester film nominiert genau und war der auch als bester ja genau dieses jahr der gleiche per seite effekt drive my car wir sehr mag schon gesagt hat bester internationaler film und bester film an sich also ich glaube parasite hat da was vorgelegt aber meistens ist auch so bei oscar das zumeist ist meistens so ein doppelt bang hat das schon mal aufgefallen ist wenn ein typ gerade so richtig gepusht war in einem jahr wurde der nächsten jahr meistens auch noch mal nominiert oder so oder in die richtung wurde auf jeden fall noch mal nominiert das hat man auch oft bei den oscars weißt du wie das dies jahr ist mit der moderation weil ja auch viele gesagt haben hey das muss eigentlich mal wieder einer richtig moderieren von anfang bis ende die show dieses jahr gibt es endlich wieder einen moderator oder einen host wie es die amerikaner sagen ich glaube es ist amy schumer und regina bell habe ich vorhin gesehen ja mit der haben es darüber gesprochen hier ist gerade rabie badem zu sehen aus biegen der ricardo der ist ja auch für bester hauptdarsteller nominiert finde ich auch einen oscar verdient der typ aber nicht für den film also ich finde es ist super aber ich finde es ist nicht so eine jahrhundert performance oder so was hat jemand von euch den film maniac driver geschaut den japanischen cello nein noch nicht aber ich habe den bestellt aber ich glaube auch nicht dass der von oscar nominiert wird aber die cover sind schon mal geil ich bin sehr gespannt auf den film bin sehr gespannt wenn du gesehen hast kannst du gerne mal schreiben wie du ihn findest der film der mir noch einfällt den oscar verdienen würde a taxi driver ja da habe ich auch gedacht der kriegte nominierung aber dann doch nicht gekriegt ich habe jetzt gedacht gut dass das a davor geschrieben haben den film noch mal taxi driver zu nennen wäre echt frech gewesen aber magst du eigentlich stiefen gehtchen ich bin immer ein bisschen hergerissen manchmal finde ich sympathisch manchmal finde ich eine ganz schön schleimig ich mag ihn und wirklich ich mag ihn allein deswegen weil er nicht nur irgendwie hier den großen oscar moderator macht am roten teppich sondern weil er halt auch wirklich gerade bei bei kleineren sachen mitwirkt zum beispiel bei den rocket beans und so weiter ist ja auch immer regelmäßig dabei also finde ich eigentlich schon schön dass auch so was macht ja klar aber ich man aber muss auch beim steven sagen er macht das jetzt ja schon ewig also seit ich die oscars focus steven gehtchen am stadt und er ist auch wirklich film interessiert also ist jetzt kein typ der jetzt auch einfach nur das macht also da wirklich bock drauf deswegen hat er sich dabei taft glaube ich damals angefangen ich finde ihn wirklich nicht abgehoben oder so erzählt ja auch ganz gerne wenn er das schon alles so getroffen hat und so weiter und letztens noch gehört er ist sogar den tambler aus aus batman the dark knight gefahren und so solche sorris sind einfach super ja was wird immer so ein bisschen böse aufstößt ist halt wenn ich sowas gucke wie bei was macht der filmchorilla so wie das heißt wenn ich dann mal so in ins detail gehen über filme da denke ich manchmal ja 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 was hat er denn für ansichten oder sehr oberflächlich manchmal deswegen damals etwas täuschen da haben sie über tarantino gesprochen und gewalt und da hat er hat es halt verteidigt aber auf eine ganz schwache art und hat auch viele fehler gesagt wo man gemerkt hat er hat wahrscheinlich den film noch nicht gesehen oder alter keine ahnung aber ansonsten ich finde ihn an sich so echt sympathisch kann man nicht sagen ja nach endo garfield ist gerade zu sehen der schon wieder am tanzen ist ja quasi dieses jahr zweimal nominiert tick tick boom im als film und in ice of tammy faye ist er da nominiert oder für tick tick boom ich weiß gar nicht mehr hat immer oder ist er auf jeden fall sind wir gerade am tanzen ist ja ich mag den auch also das ist schau mal hier bester schauspieler endo gar für tick tick boom ist nominiert aber der hat in tammy faye auch mitgespielt das war der ehemann von jessica chastain in dem film da war auch echt gut ja und denn zu waschen habe ich leider ja ich finde es auch schade dass wie es damit sein seiner spider-man-reihe da weitergegangen ist also er hätte da eigentlich ich finde es gut dass er da als weiter man jetzt noch mal eine möglichkeit hatte könnte die oscar vielleicht in einem kleinen fenster einblenden ne das können wir leider nicht weil dann ist die der stream ja ganz schnell vorbei weil das ist jedes jahr so wenn du das hier irgendwie stream ist auch nur klein oder irgendwas das wird dann direkt unterbunden von der academy von den von den rechten verweiltern ist gelernig aber schaltet einfach auf pro sieben ein also das kommt ja auf dem free tv genau ich hoffe auch dieser kriegst pro sieben wieder hin wie letztes jahr das auch trailer in der werbung zeigen ich weiß wie du in den jahren davor hat es dann nachts auch immer diese telefonsex werbung zwischen den oscar-verleihungen was immer sehr guten kontrast fand das haben wir hier habt den film geschaut mich für 10 entschieden ach hier maniac maniac driver ja ich bin gespannt also ich gucke mir an und ich glaube da wird sehr stylisch bin bloß von mir nicht sicher ob der inhalt dann so krass überzeugt mal sehen kann es einfach nicht fassen dass du power of the dog als besten film siehst naja das wird mir heute noch öfter begegnet das ding ist ich glaube aber der wird ganz viel gewinnen und deswegen werde ich dich ganz schön viel hassen ja heute das ist natürlich mein favorit hier licorice pizza ihr seht ihr hinten den aufsteller ausgeschliffen mal warum du diesen film so gut findest licorice pizza ich finde einfach das ist ein absolutes lebensgefühl der film und in den 70er jahren so ein ausschnitt aus der zeit und du hängst mit den charakteren rum das set design die schauspieler ich finde das alles ultra gelungen und paul thomas anderson und ich finde ihn auch sehr unaufgeregt ist diesmal nicht so keine gewalt exzesse zum beispiel es ist eigentlich ein richtig schöner liebesfilm so ein film wo man sich die ganze zeit fragt na komm jetzt mach doch mach doch mach doch und wenn es dann passiert am ende das ist halt wirklich eine lösung und halt auch die ganzen nebendarsteller an sich für den film und der soundtrack der soundtrack als ohne scheiß einer der besten soundtracks der letzten jahre was die songs angeht wahnsinn und ich finde halt schön auch so dieses vermächtnis der cooper hoffmann spielt ja mit ist ja der sohn vom philip simo hoffmann der gestorben ist leider und ich finde es ist sehr schön dass das paul thomas anderson ja den dann quasi weiter führt in seiner familie und ich fand auch elena heim die die hauptdarstellerin spielt für beide ihre ersten filme wahnsinns leistung also das ist unfassbar ich glaube dieses licht auch daran dass die auch sehr befreundet sind mit dem paul thomas anderson dass sie so viel vertrauen haben da weißt du und so sich so viel trauen aber das ist ja einfach super gut soll ich ganz ehrlich sein ja ich habe von dem film tatsächlich vorher gar nicht so viel gehört ich habe als ich den beitrag gelesen habe wo du auf den film eingegangen bist habe ich gedacht christian koch hat sich für heute eine pizza bestellt kann sein ich hoffe ich hoffe dass sie kommt nachher und wer sich fragt was dieser titel überhaupt bedeutet ein komischer titel das heißt er übersetzt lagritz pizza das bedeutet also lagritz pizza ist ein codewort für eine schallplatte weil die ja schwarz ist und aus einer rille besteht sieht aus wie lagritz und so hieß auch ein berühmter plattenladen in den 70ern und 60ern licorice pizza und danach und nach dem gefühl ist quasi auch der film benannt so was haltet ihr davon dass manche oscar kategorien nicht live gezeigt werden respektlos oder verständlich also ich finde es also willst du zuerst naja ich finde ich finde es respektlos und ich finde es auch blöd weil das sind halt leute das werden halt die kategorien weggeschnitten von den leuten die hinter den kulissen arbeiten die kriegen ja sowieso nicht so ein bisschen was von diesem fame ab was die schauspieler zum beispiel kriegen allein schon dass die hauptnominierten alle gift bags kriegen hier in höhe von 200.000 dollar finde ich absolut frech und die anderen nominierten nicht und also die wo sie so schon viel haben kriegen noch mehr und ja und ich finde einfach es geht nicht schnitt gehört dazu und also alles gehört dazu und ich finde es auch frech so das müsste auch noch mehr kategorien meiner meinung nach geben es wird ja seit jahren auch schon debattiert dass man endlich mal ein stunt oscar geben müsste weil stand arbeit ist perfekt wichtig und ist absolut kompliziert und echt eine mammut aufgabe und ich finde halt schade dass das immer so ein bisschen ignoriert wird dafür haben wir tonschnitt und sound design dieses jahr wurde aber übrigens auch das weggekürzt fällt mir gerade auf dieses jahr gibt es ja nur noch das bester sound nicht mehr bester es gab immer bester ton und schnitt richtig genau ja auf jeden fall voll bei dir ich finde es auch einfach eigentlich unverschämt weil vor allem wie entscheidest du sowas so nach dem motto ach das ist jetzt nicht wichtig also das das mal weg also so eine entscheidung möchte ich schon gar nicht vor allem am ende ne ja nico spitzer fand ich auch grandios fand auch buggy nights vor 20 jahren extrem gut er weiß einfach wie man bestimmte zeiten im film einfach ja absolut natürlich ja rp heißt ja natürlich genau und natürlich licorice pizza ist auch lp langspielplatte longplay kann man sich auch sagen aber es gibt es also dieser film hat diese titel hat natürlich mehrere bedeutung genau kein film ohne kamera und schilder kamera wollen sie auch nicht übertragen das ist aber auch frechner der kameramann ist quasi der typ der den film überhaupt zum film macht ich glaube die argumente waren irgendwie dass es dann irgendwie zu vieles guten wäre das alles zu übertragen und irgendwie war das ja es ist ja schon seit jahren so dass quasi die 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 einschaltquoten immer weiter runter gehen und die wollen ja so ein bisschen dagegen wirken aber ich finde halt sie machen genau das falsche sie sie passen ihre show den den kunden den konsumenten aber sie müssten sie eigentlich anders machen sie müssten ja vorleben wie es halt geil ist so weißt du und früher war das ja auch geil und sie müssten die show mal wieder richtig betonen also es sollte halt auch eine show sein ich früher an die an die oscarverdeckung mit billy crystal denke er hat so gut performt und dann immer diese show einlagen und letztes jahr zum beispiel war ja fast gar nichts also da war einmal so ein und verletzt jahr hatten sie auch so dj wie ich in der pandemie ich fand das fürchterlich fällt mir gerade ein das gab es doch auch wo wir gerade über pizza reden es wurde auch mal pizza bestellt das ja stimmt das war glaube ich bei wo die ellen moderiert hat da haben sie eine pizza ja aber da haben sie auch dieses selfie gemacht ne ja aber das selfie wird ja heute nicht mehr gerne gesehen weil kevin spacey mit drauf ist so hier blenden ab und zu mal noch ein paar kategorien unten ein können wie gesagt gerne schreiben und was ihr wollt gerne fragen das hat die die ellen damals auch richtig gut moderiert war toll ja und dieser mittlerweile auch relativ gefallen naja ich fand immer billy crystal am besten also da das ja ein paar so oft gemacht und wenn die alten clips anguckt ist einfach super geil war dabei ja wohl schweigende lemma nominiert war woraus kam mit der sackkarre und der maske war schon eine coole idee so bald geht's los noch ein paar minuten bin gespannt ihr könnt uns auch gerne schreiben wenn ihr ein film vermisst oder ein film wo ihr denkt wir hatten jetzt hier schon taxi driver haben wir schon gehört wenn ihren film vermisst könnt ihr auch gerne mal schreiben meiner meinung nach wie gesagt hätten der wahrscheinlichkeit hätte für mich gestern im englischen also dänischer film werde für mich dieses jahr gewinnen als für mich der beste film letztes jahr gewesen writers of justice heißt er glaube ich im englischen wo mich ja schreibt gerade ob wir wissen was mit ben stiller ist da schon lange nichts mehr gehört ich habe gerade von ben stiller gelesen dass er wahrscheinlich die rolle übernimmt in der broadway oder einer bühnenaufführung von the shining als jack torrens das habe ich gerade gelesen also er spielt jack torrens aus the shining also die jack nicholson rolle auf der bühne jetzt muss ich habe bei ben stiller an owen wilson denken hast du mit owen wilson und jennifer lopes marry me gesehen tut mir leid habe ich nicht sehr froh also bei dem film da war ich ja von rein klar und das weiß ich auch noch die da kam ja auch am valentinstag raus na ja und ich laufe da rein mit meinem kumpel wir sind nämlich da in die wiederaufführung von spielmanns lied vom tod gegangen der lief auch an am valentinstag und ich habe mich gefragt warum sind denn hier lauter pärchen die sich befummeln die ganze zeit die sind alle in mir ja gefummelt habe ich nicht aber ich wurde von meiner frau trotzdem gezwungen mit den film anzuschauen ich kann dir sagen also man sieht es eigentlich schon auf dem papier aber owen wilson und jennifer lopes da gab es überhaupt keine schien nicht furchtbar ja kann ich mir vorstellen noch mal meinen favoriten einblenden wie gesagt ich will gerne immer schreiben und ja und vielleicht ist auch einer von euren favoriten überhaupt nicht nominiert oder gar nicht dabei es ist auch immer sehr meistens sehr arthouse mäßig angetickt die oscar sachen ich bin diese auch überrascht dass du nominiert wurde ja das ist ja eigentlich auch untypisch manchmal dass so große sachen nominiert wurden solche siehst du auch christian stewart die ist gerade eingeblendet jetzt gerade ja mit langen beinen wieder ja genau das finde ich jetzt krass also sie macht ja gerade richtig wie weg bei den interview guckst du immer so verschlafen nur so was haben wir hier noch kommentare ich glaube seit dem tod von bens vater hat er sich zurückgezogen ja natürlich er ist ein vater jerry stiller ja bekannt als aus seinfeld oder aus king of queens und früher viel film ist ja gestorben aber er war ja hat ja auch ein langes leben gehabt und wie gesagt vor kurzem sie auf will dem hört gestorben der wird heute auch wahrscheinlich gezeigt werden in den in diesen erinnerungs segment ja so wir sind wir müssen auch gleich losgehen wir gehen auch um zwei zu will dem hört fand ich echt spät ich auch schade ja definitiv kann du sein grandioser darsteller wenn ich hier nach drüben gucke hier ist mein fernseher ich will nicht ich will es nicht respektlos dir gegenüber wolfgang puck ist da der oscar koch sehr interessant so ich bin immer noch gedanklich gerade bei dem outfit von christian stuart das war echt ein bisschen merkwürdig aber gut so so densel washington ist am stadt ist auch ein komischer job der muss die ganze zeit rufen hey ich will interview komm her ich glaube es geht auch wieder los also traditionellerweise geht das die verleihung immer los mit verleihung des besten lebendarstellers ne weiß nicht ob sie dieses jahr wieder die 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 kategorien durchmischen wie letztes jahr da war es ja mal nicht so wie man es immer kennt ich bin mal gespannt was überhaupt gespannt ob dies ja eine show funktioniert aber dieser könnte wieder mehr machen ist ja die ganzen kronen auflagen sind ja ziemlich weg ich sehe gerade die zähne wo er ihnen da das essen in die hand rückt und nach dem motto hier nimmer schmeckt gut ich habe vorhin auch gehört ja irgendwie 13 wochen irgendwie oder sowas an diesem roten teppich da gebastelt da unfassbar auch ja hier schön steak gibt es herrlich es ist schön dass es wieder am kodak theater ist weil letzten jahr war es ja wohl irgendwie eine gegend da gehst du eigentlich nachts überhaupt nicht hin war eigentlich kurios dass sie das da genommen haben ja gut aber ich glaube wenn die oscars sind da wird dann schon vorkehrungen getroffen so bald geht es jetzt geht es gleich los wie gesagt ich drücke meinem favoriten licorice pizza die daumen vier oscars ist ja nominiert ich bin gespannt ja für power of the dog können wir auch die daumen drücken nein außerdem werde ich diesen film ab jetzt nur noch power of the cock nennen ich verstehe nicht warum der so als progressiv zählt es geht also es geht quasi um den mann der leute manipuliert und schlecht behandelt weil er heimlich schul ist das ist halt so ja ich finde es jetzt nicht so sonderlich ein also wirklich interessant oder halt neu so jetzt geht hier die richtige show los billy eilish den james bond song wollte ich auch nicht nominieren nicht gewinnen lassen weil er klingt echt fast wie eine light version von dem adele song von skyfall die kannst du übereinander legen und die passen zusammen als ob es das gleiche lied wäre jetzt geht es auch wirklich nicht dass er da irgendwie den preis gewinnt nur weil es irgendwie der bond song ist also bitte nicht vanessa und serena williams um die geht es ja in der geschichte bei king richard wie sie da wie ihr vater sie dazu gebracht hat zum tennis muss man bei mir einen kleinen tick lauter machen so ich bin da mal die kategorien aus da musst du den film gucken michael meyer guck dir den film an dann weißt du wie es gemeint ist beyonce spielt jetzt das lied aus king richard ich hoffe jetzt werde nicht unsere unser stream abgeknickt wenn so ein bisschen von der musik ankommt ja schön sind es sogar noch ein paar leute wach hier in die zeit ja schöne sache aber ich muss auch ganz ehrlich sagen es auch ganz gut dass man stream mache ich bin schon oft bei oscar verlangen manchmal weggenickt naja geht mir auch so und habe mir dann den rest quasi später angekommen weiß nicht wie es dir geht aber ich habe auch in meinem umfeld niemanden der sich für die oscars begeistert ja das haben sich aber auch selbst zuzuschreiben so die letzten jahre war es ja immer immer schlechter geworden ich hoffe dass dieses jahr wieder ist jetzt machen sie zum beispiel schon mal eine aus performance ist ja schon mal ist ja schon mal eine show richtig das ist übrigens der oscar nominierte song aus king richard macht das sieht doch schon mal schön aus ich blende mal dass ich bin mal die nominierten songs ein mal dass er diese geld und sie 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 So. So, wie gesagt, schaltet ProSieben ein, da könnt ihr alles verfolgen. Wir haben den besten Original-Song, Be Alive, aus King Richard von Beyoncé Knowles. Ich bin gerade ganz erstaunt. Ich habe es ja sonst auch jedes Jahr ganz gerne mal bei den Rocket Beans verfolgt. Die haben ja auch mal die Oscars geguckt, aber dieses Jahr haben sie wohl kein Nuss gehabt. Ja, es ist halt immer so eine Sache. Die Zeit kann man nicht mit vielen rechnen. Es ist ja immer auf Montag, die meisten Leute müssen arbeiten. Wo ich habe es auch schon geschafft, die Oscars zu gucken und danach direkt Arbeit zu gehen. Wenn hart im Leben ist, geht das auch. Wofür alle, die das später gucken, wenn wir gerade mal nichts sagen, dann gucken wir die Show. Genau. Ihr solltet das jetzt auf jeden Fall auch live sehen, weil wir können ja nicht die ganze Zeit drüber reden. Wir müssen ja mal zuhören und aufpassen. Also Beyoncé sieht schon mal wieder sehr schön aus. Ja, das kann man nicht abstreiten. Aber man muss auch bei den Amerikanern... Ach, guck mal, das ist ja geil gemacht. Also die haben ja, guck mal, die ganzen Instrumente und so, alles in diesem Farbton, der Kleider. Ja, haben sich schon was einfallen lassen. Einer hat so einen Lappenschirm auf dem Kopf. Ich glaube auch nicht, dass die live singt. So, ich bin trotzdem gerne immer währenddessen Fragen und so weiter. Mit King Richard ist der mit Will Smith gemeint. Genau. Da geht es um die Geschichte von Irena und Serenia Williams, die Tennismeisterin. Und wie, glaube ich, ihr Vater sie dazu gebracht hat. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Aber er hat sehr gute Kritiken gekriegt und alles. Und ich bin dieses Jahr auch für Will Smith, dass er gewinnt, weil so als Gesamtleistung auch für sein Werk. Und er setzt sich auch für gute Themen ein, finde ich. Und ich hätte mir aber gewünscht, dass er damals gewonnen hätte oder nominiert worden wäre für Concussion. Erschütternde Wahrheit, den fand ich richtig gut. So, jetzt geht es rein ins Kodak 4, da. Aber das haben sie ja wahrscheinlich irgendwie vorher aufgenommen und eingespielt einfach, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube es auch, ja. Ja. Jamie Lee Curtis ist auch schon da. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, ja. Richtig cooles Kleid an. Glitzert ohne Ende. Also, ja, mal die Anordnung, aber wie letztes Jahr mit diesen, so einer Art Nachtclub mit so Tischen. Kleinen Ticklauder bei mir machen. Michael schreibt gerade, I'm Legend 2 mit Will Smith, würde er gar nicht sehen wollen. Ja, ich weiß auch nicht, ob der Film notwendig ist. Nee, überhaupt nicht. Finde ich auch nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Timmy Fischalami hat auch ein hartes Outfit, muss ich sagen. Ja, gut am Witzern. Stromausfall, ich rechne nicht mit Zeit. Du bist echt ganz schnell hinterher. Ich glaube, du bist locker 20, 25 Sekunden hinterher. Ja, ich glaube, es wird sogar mehr als weniger. Also wenn Power of the Dog nicht gewinnt, dann werde ich es von dir als erstes erfahren. Sehr gut. Aber die wirken sehr gestelzt, also sieht es irgendwie sehr aufgesagt aus. Die drei sind überhaupt nicht entspannt. Die drei. Power of the Dog. Das ist richtig. Guter Weg. Der fand ich gut. Sie hat gerade gesagt, sie hat Power of the Dog dreimal gesehen und sie ist jetzt bei der Hälfte. Oh je. Gerade erwähnt, Samuel Jackson hat seinen Ehren-Oscar bekommen dieses Jahr. Ist ja auch Zeit. Ich meine, der Typ ist eine einzige Maschine. Ja, der Wahnsinn. Vor allem, ich würde mich ja freuen, er hat ja einen Wunsch geäußert, nochmal in einer Rolle zurückzukehren. Als? Mars Windu. Ah, wenn man es dauert. Er hat da mit Dallas Howard gesprochen, die ja Regie geführt hat bei Boa Fett und Mandalorian. Und er hat gesagt zu ihr, bring mich zurück. Josho schreibt nicht viel los hier. Nö, ist ja aus späten der Nacht und wir müssen halt auch nebenbei gucken. Also er soll ja mit uns gucken. Und wir wollen uns gegenseitig ermundern, dass wir nicht einschlafen. Also wie gesagt, alle, die jetzt hier da noch so heiß sind, müsst ihr schon auf ProSieben mitgucken. Wir gucken das zusammen und ihr könnt auch gerne Kommentare machen zu den Show-Einlagen, was wir machen. Also ich finde, Amy Schumer ist hardcore unentspannt irgendwie. Oder es ist schon so gewollt. Dann ist es auch wieder genial, dass es so gewollt wäre. Das glaube ich nicht. Gerade Uma Furman sitzt neben Chandra Volta. Also Pulp Fiction Reunion. Haben die dieses Jahr schon wieder keine Band, äh, kein Orchester. Ist wieder so ein lahmarschig, ein DJ. Wollten Sie sagen, Chandra Volta sah gerade relativ normal nur Botox aus wie im Vergleich zu sonst. Ja. Oh. Francis Ford Coppola ist am Stadt. Robert De Niro, Philly Eilish, Jacob Amorti, Phineas, Louise Fonty, Becky G, Lady Gaga, Jennifer Garner, Jake Gyllenhaal. Ja, war das mit dem DJ, ich meine, warum machen die das? Weil sie da irgendwie versuchen, auf Krampf-Hip zu sein? Ja, genau das ist es. Weil ein Orchester ist ja uncool, weißt du? Ja, aber so ein Orchester wirkt doch viel edler. Ganz ehrlich. Ja, klar, wenn du die Typen immer unten siehst, die das alles live spielen, das ist absolute Shit. Zählen sie jetzt einfach alle auf, die da sind, oder was? Ich weiß auch nicht, was gerade abgeht. Da werden gerade einfach 3000 Damen aufgezählt. Okay. Sean White, Serena William, Venus William, Sebastian Yatra, Vetcham Yung, Rachel Begge. Weil jetzt alle Leute aufgezählt, die im Publikum sehen, oder was? Ich fürchte ja, weil da sind definitiv welche dabei, die noch nie einen Oscar angefasst haben. So, ich bin gespannt, welche Kategorie zuerst kommt. Ich nehme mal an, bester Nebendarsteller. Das wirkt so schlecht irgendwie. Ja. Sondern du kommst zu den Oscars und wir zeigen dich im Video. Boah, ich finde die so unlustig. Boah, das ist ein Geck. Immer diese Selbstgefeiere ist manchmal ein bisschen hart bei den Amis. Und ja, ja, sie waren nicht alle großartig. Ich würde sagen, viele von ihnen waren ziemlich hart, um zu verstehen. Du kennst, wer du bist. Ich habe keinen von ihnen gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Aber ich habe sie einfach gemacht, also ich habe sie einfach in 10 Jahren. Das ist 195. Das ist auch nicht die große Entertainerin, ne? Ne, irgendwie voll schwache Gags und gestelzt gemacht, ne? Ich glaube, sie hat länger überlegt, was er für ein Kleid anzieht, anstatt was er für Witze erzählt. Ja, Micha, ich würde sagen, du verpasst nicht viel. Also wir müssen nicht mal gerade Pause machen im Moment. Ja, wir können gerade, die machen gleich Werbung. Also bei den Oscars ist andauernd Werbung. So. Das ist der Eröffnungsmonolog. Die spricht da, als ob sie, keine Ahnung, einen Baumarkt eröffnet. Baumarkt, so gut. Die Capri ist ja gar nicht da, oder? Aber ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Ne, der war auch nicht gerade in dem Video zu sehen, dann ist er nicht da. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben einen Film gemacht über Lucy Boyle und es sind keine witzigen Szenen drin. Das ist halt, das Drama ist da, aber nicht das, was sie ausmacht. Das ist halt komisch bei Being the Ricardo. Das ist eine kleine berechtigte Kritik, muss ich auch sagen. Deswegen habe ich den Film auch nicht ganz so hoch bewertet. Über Coda möchte ich auch noch was sagen, weil es gerade angesprochen wird. Es ist ein Remake von dem französischen Film Verstehen Sie die Billiers? Und er wird gefeiert, als ob sie den da erfunden hätten. Es wird fast nie erwähnt, dass das ein Remake ist. Der Film ist überhaupt nicht alt. Also schwacher Monolog, aber wenigstens ein Gastgeber. Das ist schon mal besser als letztes Jahr. Ja. Was hat sie denn an? Ist einfach nur so ein Stoff. Wer zieht denn das Sonnenbrille an zum Präsentieren? Oh Gott. Die Sonnenbrille muss nicht sein. Wenn es ehrlich ist, die können Sie auch abziehen. Ja, ich glaube, jetzt wollen Sie erstmal coole Hippe Stars zeigen am Anfang. Beste Nebendachtstellerin kommt zuerst. Wird unten eingeblendet. Was war nochmal dein Favorit? Äh, Judy Dench. Für Belfast. Judy Dench für Belfast, genau. Und meins war... story ariana der boss wir müssen auch ich mache eine strichliste wer am meisten richtig gelegen hast du es hat story gesehen ich hab's nicht ausgehalten so beste nebendarstellerin ich bin gespannt judy dinge ist ja auch mega sympathisch ja doch oder applaus bei kirsten dann zwar am lautesten das bei power of the dog ja ja also die zwei kürsten danz und jesse plemmens also die sind auch richtig gut jetzt gab es noch größeren applaus bei king richard ha west side story ja krass steht 1 0 jungen 10 mit uns ja glückwunsch sehr schön man ich will auch endlich ein ausgabe sind jetzt hier ich kann dir einen kaufen bitte joshua was hast du denn zur bestseite story ist es gut sehr emotional ja ich hätte auch judy dinge gegönnt ja war ja auch mein favorit haben sie ja ihre traummischung bekommen queer latina und schwarz ich wollte es nicht sagen aber es ist wieder so wo man sagen könnte es könnte auch was politisches sein ja ich glaube die sind alle gut aber das spielt jetzt auf jeden fall immer mehr rolle mehr und mehr eine rolle ich sag's nur mal zum beispiel ich melde ja mein film immer viel bei filmfestivals angeht ich muss jetzt teilweise beantworten was ich finde sexualität habe wenn ich den film einreich als regisseur das finde ich sehr merkwürdig warum ich glaube die wollen immer so ausrechnen anteilig wie viele leute da dabei sind aber man kann auch zum glück anklicken will ich nicht beantworten stell dir vor du kommst zu einem vorstellungsgespräch und jemand sagt zu dir entschuldigung was haben sie für sexualität würde ich nicht gut finden so wir haben werbung also schon mal positiv besser als letztes jahr aber aber doch noch sehr gestellst finde ich so sehr auf der bremse so irgendwie ne aber ja aber schon okay die die beyonce nummer war cool inszeniert fand ich ja minus ist definitiv für mich erstmal der dj ja ich hab gedacht das haben sie letztes jahr echt nur gemacht weil der war ich eine pandemie hat steht da oben so ein typ macht früher da manchmal john williams unten gestanden mit dem orchester alter und die haben ja auch meistens wenn die leute hochkühlen sind die quasi die film musiken live gespielt von den filmen wo sie mit gespielt haben so weiter geht's haben wir noch ein paar kommentare die sprüche sind teilweise schön böse von uns oder von von der von der kette also den den zeitlieb auf paul doch fand ich gut und auf ihre bing die ricardus auch da ist noch viel luft nach oben ja natürlich bei uns auch aber auch bei den oscars aber es ist schon besser als letztes jahr das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen denn letztes jahr war erfüllterlich ja bei denen die ganze kritik die haben sie haben die ja mitgekriegt die ganze kritik im umfeld irgendwie müssen sie reagieren doch noch ja klar aber das haben sie im vorletzten jahr auch und haben es letztes jahr noch schlimmer gemacht ja die sprüche aber ganz ehrlich so so wenn die chris rock das gemacht hätte oder sowas oder wie gesagt so ein paar andere moderatoren die sind ein bisschen krasser ich glaube du hast aber recht ich glaube es könnte christian stewart werden ehrlich gesagt weil ich glaube der film ist auch besser als ja es ist der wahnsinn ich meine du hast ja gerade schon gesagt ist ja allein in dem interview wie viel mit sie auf einmal hatte ich glaube sie konnte da in dem film schon üben dafür ja man darf ja auch nicht vergessen also twilight klasse ist so ein hassfilm aber ich habe ja früher auch leonardo di caprio nicht gemocht wie ein titanic und so zeug aber die entwickeln sich ja auch weißt du ja gerade zum beispiel robert paddenson der hat sich aus seiner nische herausgearbeitet und macht jetzt richtig gute filme und man muss halt gucken ob sie es schaffen so manche schaffen es nicht so wirklich oder manche haben doch wirklich nicht das talent zum beispiel ich den anderen typen sehe wie ist der von von twilight taylor lautnach das ist eine absolute nullnummer als schauspieler der ist ja auch verschwunden aus der der hat zwei drei filmen noch gekriegt so als versuch und dann war er weg naja richtig ja ich finde es auch eigentlich wenn man überlegt bei robert paddenson hat er ja noch mal so ein klein ein paar sprüche bekommen von wegen er spielt jetzt den batman und wahrscheinlich der batman der in der sonne glänzt glitzert und ja und die leute wissen teilweise gar nicht wie viel er dazwischen gemacht hat mit so filmen wie leuchtturm zum beispiel ja natürlich oder halt genau good time oder kosmopolis von david kronberg der hat schon einiges gemacht also kann man nichts sagen joshu sagt atemlos mit lord nachfand da ganz gut habe ich gar nicht gesehen oah veröchterlicher film also uah ne dick dick also da da stimme ich dir nicht zu das finde ich ganz ganz schlimm ganz schlimm film tenet war ja auch genau robert paddenson tenet hat er quasi er war ja charismatischer als der hauptdarsteller äh das müssen wir jetzt auch so sagen so es geht weiter ja 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 Wie läuft er denn rum, Alter? Ist doch nicht Prinz. Magst du das Outfit von Chalamet? Nein. Das sieht aus wie so... Wie kannst du so zu einer Oscar-Verleihung gehen, denke ich mir. Ja, will halt übrigens cool sein, also sorry. Also es sieht, er läuft gerade rum wie, keine Ahnung wie, Aladin. Das sieht aus wie, Aladin. Also Gina ist auf jeden Fall lustiger als Amy Schumer. Ja. So. Fand ich ja immer super in Scary Movie, da fand ich es immer sehr lustig. Dental Washington sieht langsam aus, als ob er so einen Der-Pate-Status hat, findest du auch... Sieht aus wie so ein Don Vito-Typ. Alter, den Chalamet bringe ich um für das Outfit, das geht überhaupt nicht. Ja, nee, das kannst du eigentlich nicht bringen. Ah, peinlich der Typ. Wie gesagt, er ist doch nicht Prinz, Alter. Mein Gott, und ich sehe gerade hinten, hat er auch noch, hinten siehst du auch noch seinen Rücken. Mein Gott. So, jetzt nochmal Jason Momoa und Josh Brolin stellen vor. Mal gespannt, was die jetzt machen für eine Kategorie. Die ist auf jeden Fall wieder wahrscheinlich gemischt. Also nicht, wie man es denkt. Jason Momoa tut ein bisschen länger antatschen. Bester Sound kommt jetzt. Da hat sich ja James Bond und du hast... Äh, Encanto. Ah ja. Bester Sound kommt jetzt. Bin gespannt. Mein Favorit ist, wie gesagt, James Bond. Super Sound-Apfmischung, toller Atmos-Ton. Power of the Dog, Alter, die haben noch nichts zu tun, Alter. Vergleich zu den anderen Filmen. Äh, Entschuldigung, Power of the Cock. Und Sean Murphy. Und der Oskar geht zu Dune. Dune. Power of the Cock ist ein anderer Film gewesen. Dune hat gewonnen. Ja gut, kann man auch sagen, ne? Also Dune. Kann man machen, ja. Ja. Ja, also der Sound ist schon krass bei Dune. Das kann man ja nicht, äh, abstreiten. Ich glaube, das war jetzt auch so, dass die da... Manche Reden sind aufgezeichnet von vor zwei Stunden. Oh, was ist jetzt los? Kleine Verbeugung für weiße, äh, weiße Jungs bringen es nicht. Sehr schön. Geil. Siehst du schon? Ja. Jetzt kommen sie alle drei raus. Da steht der ganze Saal auf. Ja, Woody Harrison hat man ja vorhin schon auf dem Teppich gesehen. Da haben die auch gedacht, so nah. Was er heute wohl macht. Wie sinds seit Dune 2, in Kanzo? Ich bin mit 30 Jahren seitdem ich bin. Ich habe mich gefühlt. Ich bin mit, äh, also you feelin' wie ein slower Programm. Ich bin schoac. Das war die ganze Zeit in mein Leben, ich bin in die Zone. Ich bin, ich bin ein Ja. Ich bin, ja, immer wieder der Daumen. Ich bin wirklich High- Ich bin wirklich Hallo. Ich bin, wie ein Ja. Ja, da sind Sie hier. Ich bin, ja, gerade die Daumen. Ah, schön die drei zusammengekommen zu sehen nach 30 Jahren. Ein Film, den es auch noch gar nicht so lange auf Blu-ray gibt. Ach ne, jetzt kommt Kamera. Okay. Kamera? Ja. Vielleicht kommen jetzt die ganzen Kategorien, die vorher aufgenommen wurden, die wo nicht live sind. Na gut, da hatte ich ja Dune genommen. Kamera hatte ich ja, ich war Macbeth. Ich bin ja mal gespannt, nochmal einen Dune-Oscar direkt hinterher. Ja. Tune. Okay, du kriegst einen Punkt, es steht 1-1. Sehr gut. Dune-Oscar kann ich auch mit leben. Ich mag Dune nicht so wirklich, aber die Kamera war schon krass. Ja, war wunderschön. Wirklich. Technisch kann man ja Dune nicht viel vorwerfen, das muss man jetzt auch mal laut sagen. Oh, Joshua hat schon zwei Striche. Ich hab zweimal richtig gelingen. Ah, sehr gut. Joshua liegt vorne, Joshua. Dune gewinnt beste Kamera. Dune hat erst mal am Anfang ein bisschen gepusht, ne? Direkt mal zweimal hintereinander abgeräumt. Aber hast du ja meistens so Science-Fiction-Sachen, so wie Mad Max damals, so die ganzen technischen Sachen, gell? Ja. Obwohl, die Kamera ist ja schon höher. Ja, stimmt. Hast recht. Also haben sie quasi die Kategorien, die sie weglassen wollten, vorher abgefilmt? Vor ein paar Stunden, als sie vorhin auf dem roten Teppich waren. Die werden jetzt quasi eingeblendet. Oder ist das jetzt auch live? Ich hab das vorhin irgendwie nicht mitbekommen. Aber ich denke mal, wenn sie es jetzt vorher aufzeichnen, was halten sie dann davon? Nee, Quatsch. Nee, das ist live. Doch, sorry, mein Fehler. Wir haben vorhin irgendwas geredet, dass irgendwie, dass irgendwie, dass irgendwie manche Sachen aufgezeichnet sind. So, wir haben wieder Werbung. So, Dune hat erst mal die ersten beiden Oscars gerockt. Oder was war noch? Ja. Beste Nebendarstellerin war noch West Side Story. Genau. Bester Sound und beste Kamera gehen an Tune. Ja. Okay. Sie hat schon mal keinen Oscar für Power of the Docks, schon mal gut. Aber ich finde die Oscars schon mal besser als letztes Jahr. Ja, das finde ich auch. Letztes Jahr, wie gesagt, das kann ich gar nicht oft genug sagen. Letztes Jahr war die absolute Talsohle, was was Entertainment angeht und Show-Einlagen und alles. Da habe ich auch dann in dem Zusammenhang ganz oft gehört so, ne, die Oscars, die gucke ich nicht mehr. Ne, also letztes Jahr hätte ich den Stream nicht gemacht, ich hätte es ausgemacht. Und ProSieben macht sich wieder beliebt, sie machen keine Telefonsex-Werbung. Äh, das haben sie eben echt mal ein paar Jahre gebracht, das fand ich echt lustig. Ah! So. Hast du dich mal irgendwie damit beschäftigt, wie viel Einschaltquote ProSieben mit den Oscars hat noch? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass viel... Jetzt siehst du übrigens gerade ein paar Macbeth-Shots, deswegen habe ich die Kamera genommen. Das sieht schon krass aus, ne? Ja, jetzt siehst du auch. Das sind schon echt sehr stylische Aufnahmen. Ja, stimmt. Jo! Also Regina Hall ist auf jeden Fall lustiger als Amy Schumer. Kann ich schon mal sagen. Ja. 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 Einmal sehen wir, wer die meisten Oscars gewinnt. ist ja ich glaube am meisten um jedes jahr power of the dog zehnmal oder so ich glaube so viel wird ja nicht machen aber der wird vielleicht bester film nein wird er nicht man ich kann doch nicht ich kann doch nicht zweimal eben es kann doch nicht zweimal einander meinen hass film gewinnen nomad land und wenn dies ja noch power of the cock gewinnt gott es liegt nicht an dir christian es liegt an ihnen so wie spät haben wir es denn drei viertel drei jeder der noch dabei ist hier kriegt eine anordnen genau ja bei spencer muss man sagen der regisseur ist ja auch glaube ich auf diese themen spezialisiert hat ja vorher schon jackie gemacht über jackie kennedy mit nathalie portman den fand ich auch sehr gut ist eigentlich auch eine wahnsinns entscheidung wenn man überlegt prinzessin diana und dann fragt man christian stewart also werde ich jetzt nicht direkt ermutet naja aber ich meine das ist ja auch das spielt ja hauptsächlich auch in ihren jungen jahren oder das kommt schon fast so ein bisschen hin ja aber ich finde es auch immer nicht so in ich finde es echt gesagt auch gar nicht so wichtig dass die schauspieler und den jetzt so aufs youtube füllchen so aussehen wie die leute weißt du aber ich fand auch bei ihr biegen die ricardos dass nicole kit mit sehr geschminkt wird damit sie diese wangen partie hat das hätte ich nicht gebraucht weil das hat es auch so ein bisschen manchmal so ein bisschen steif gemacht das make-up ich bin da nicht so ein fan von dass man da immer den den schauspieler genauso zu richten muss wie die hauptfigur wenn es so ein bisschen in die richtung ist okay so wir haben beste beste kurzfilm dokumentation dass du queen queens of basketball ich habe da gar nichts weil ich sie nicht kennen das zweiten punkt also wenn ich wenn ich heute gegen dich gewinnt dann darf ich nächstes jahr noch mal mitmachen richtig ja ich gebe dir die currywurst aus wenn man es mal live jetzt zeigen sie der coda es ist halt so eine frage wenn man remake macht ich weiß nicht weil der billet ist da war ja auch gut also ich finde das ein bisschen naja die amerikaner gucken halt keine keine europäischen firme meistens ist also ja das hat ja schon allein mit der synchronisierung situation zu tun dann machen sie lieber ein remake draus wo ist die klein das ist ein kleines kind daneben sorry ach ja das war ja die wurde ja irgendwie nicht eingeladen von west side story jetzt haben sie doch aufgeholt visual effects jetzt könnte der der mann aus deutschland gewinnen gert nefzer also ich bin natürlich jetzt hier für den deutschen ne und er hat ja auch schon super arbeit bei bladerunner 2049 geleistet und wird auch bei dune 2 wieder mitmachen so ich bin gespannt ja ich bin auch gespannt mal gucken ob dune jetzt den nächsten ausgericht aber spiderman hat auch gute chancen wo schank schieße auch nicht schlecht auch gerade zum ende hin dune der zweite oscar für den deutschen gert nefzer ich hoffe du hast mir noch ein punkt aufgeschrieben steht 3 1 für dich aber ich glaube da müssen sie bald juni demnächst hier das cover von der dvd verändern ja ich wollte auch gerade sagen die oscar ist wo damals mad max hat ja auch übelst viel abgeräumt fury road weiß ich noch jetzt zu juni jetzt ich meine drei oscar schon jetzt so hoch eingeschätzt jetzt schon zum start ich wusste ja nicht wie die reihenfolge ist aber kamera ist natürlich schon richtig richtig viel wert und und visuelle effekte ja und ich finde halt was ich cool finde dass halt da auch viele echte effekte dabei sind der gert nefzer der macht ja die praktischen effekte nicht die computer effekte muss man mal betonen michael melier schreibt ach menno ich finde den alten dune viel besser ich finde den alten dune auch viel besser der macht mehr spaß aber der neue gewinnt jetzt hier auch gerade viele technik sachen und da ist er natürlich als da haben sie sich natürlich die creme de la creme geholt ne so jetzt kommt gleich der deutsche das war auch was sie haben den deutschen den ton abgeschnitten jetzt kommt tony hawk schon weit warum auch immer tun ja auch kettin jungs geldbord reinkommen können Der hat sich vor kurzem erst den Elbogen gebrochen. Oh, er hat mitgekriegt. Oh, es gibt einen Bond-Tribut. Cool. Gerhard Schröder. Nebenbei gesagt, für dich ist welcher der beste Bond-Darsteller? John Connery. Ja, bin ich bei dir. Ich habe irgendwie bei jedem was gefunden, was ich nicht schlecht fand. Ich konnte auch George Lesenby was abgewinnen, auch wenn der viel gehasst wird. Ja, der hat ja nur den einen Film gemacht. Ich fand Timothy Dalton schon ziemlich krass. Das ist auch sehr viel so, wie dann der Daniel Craig Bond angelegt wurde. So ernster und so ein bisschen härter. Das ist halt auch eine der ganz großen Kinoreihen, die immer irgendwie quasi so die State of the Art sind gerade und die man immer so abliest. Und eine der letzten Familienproduktionen quasi, diese Familiendynastie, die führt das ja immer noch weiter, die Produktion. Die Brokkolis. Das finde ich schon beeindruckend, dass es heute noch so geht. Ja, aber Amazon ist wohl dran, das zu ändern. Sie möchten definitiv, das ging heute noch um, sie möchten eine James-Bond-Serie haben. Ich weiß nicht, die Brokkoli-Dame ist da sehr traditionell eingestellt, was ich ziemlich gut finde. Ich hoffe, sie bleibt hart, weil ich fürchte, Amazon würde das sonst ausschlachten, wie Disney es mit anderen Sachen macht. Ja, die sind natürlich sehr für das Kinoerlebnis auch, was ich immer feiere. Und das hat es ja jetzt auch bestätigt, der No Time To Die hat ja doch echt noch richtig viel gerissen in den Kinokassen. Ja. So, wir haben Werbung. Dune, Dune, Dune und einmal West Side Story. Und 3-1 für mich. Ja, ja, beton es ruhig. Selang du am Ende den Punkt nicht kriegst. Game of Thrones 8. So. Siehst du die Plus-Werbung wieder am Start, ne? Ja, ich dachte auch gerade so, ob ich das gut finde, ich weiß nicht. Ich finde es auch immer so komisch jetzt, es geht immer, welcher Streamer dann dieses Jahr die meisten Nominierungen, wen juckt denn das, ey? Wollt es dann auf ihrer Kategorie schreiben, Oscar-Gewinner und so ein Zeug, ne? Ja, vor allem wird es ja immer mehr diskutiert, ob Streaming-Filme nominiert werden sollten oder nur Kinofilme und, ja, mein Gott. Filme machen die Zeiten, ändern sich immer mehr, ne? Ja, aber ich verstehe bis heute nicht, warum man das nicht gleichzeitig machen kann. Weil Leute, die eh nur streamen wollen, die gehen nicht ins Kino. Aber die Leute, die ins Kino gehen wollen, die gehen auch ins Kino, auch wenn der gleichzeitig im Stream läuft. Richtig. Umgegen so zwei Wochen Fenster hätte ich auch nichts, ehrlich gesagt. Das wird ja sowieso immer kürzer, ne? Du kriegst jetzt manchmal Filme, die im Kino laufen schon einen Monat danach auf Blu-ray. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich war noch an Video-Zeiten, wo du irgendwie ein Jahr gewartet hast oder so, oder so anderthalb, er, der auf Video kam. Spencer zeigen sie auch echt witzige Nebenwerbespot, ne? Mein Gott. Aber es sind diese ProSieben-Spots, das ist ja nicht das, was in den USA läuft. Uns zeigen sie ja leider auch bei, wenn du den SuperPolo oder so guckst, da zeigen sie ja auch nicht die Werbespots aus den USA. Den Spencer muss ich mir auf jeden Fall noch angucken, der sieht echt gut aus. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ob ich vor hätte, einen Oscars-Stream zu machen. Ich schreibe gerade mal zurück, dass ich gerade schon in einem von dir bin. Ein bisschen spät dran, Alter. Jetzt kriegst du um drei eine Nachricht, ob du einen Oscars-Stream machst. Ja, ja. So. Die Kategorien sind ein bisschen gemischt. Die wollen das jetzt immer so ein bisschen aufmischen, dass man nicht weiß, wann was kommt, ne? Ja, Don't Look Up hätte es definitiv auch verdient, auf Blu-ray rauszukommen, ne? Jo. Aber ich finde, er hat es nicht verdient, dass er als bester Film nominiert ist. Ne, ich lese hier gerade, weil der Michael hatte das hier geschrieben. Ist ja eh immer so eine Sache, was im Streaming läuft, ob es überhaupt auf Blu-ray kommt, na ja. Ja. So, mal sehen wir uns als nächstes. Kommt für eine Kategorie. Ich bin gespannt. Und ich will endlich, dass jetzt hier mal irgendwas für Diggerish Pizza passiert. Die wollten ja, bis jetzt waren die Kategorien noch nicht dabei, aber der muss gewinnen. Ich blende sie hier auch nochmal ein. Ich habe ein bisschen Angst wegen deiner Reaktion, wenn er überhaupt nichts bekommt am Ende. Ich glaube, die von Don't Look Up sind nicht da, oder? Jennifer Lawrence und DiCaprio habe ich noch nicht gesehen. Ne, habe ich nicht gesehen, ne? Den Regisseur habe ich vorhin gesehen, Adam McKay. So, es geht weiter mit den Oscars. Sine Andy freut sich auch, dass Dune bisher so gut abgeräumt hat. Ja, es sind auch Kategorien, wo ich es auch verstehen kann. Also, wie gesagt... Ich glaube, jetzt kommt das Encanto-Lied. Da bist du auch dafür, ne? Dass das beste Lied gewinnt. Ja, genau. Und bitte nicht billig eilig. So, könnt ihr euch das Glied drehen, sie? Ja! Aber hier lassen Sie wenigstens den Musikern so ein bisschen Zeit, ne? Wenn du hier beim Super Bowl oder so guckst, wie das durchgehastet wird da, diese Musiknummern... Aber schön gemacht, schönes Bühnenbild. Ja. Ja. Ich finde es cool, dass der deutsche Gerd Neffzer jetzt schon zwei Oscars hat. Ja, das ist gut. Die werden ja auch garantiert wieder für Dune 2 nominiert dann bestimmt. Was ist denn Taylor Rake? Das ist mir auch nix. Wie gesagt, endlich wieder Show-Einlagen, ne? Ja, schöne Sache. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wenn Morrison heute auftritt, das war ja der Oberhammer. Aber es gab noch keinen, ähm... Es gab noch keinen Oscar-Moment sowas, äh... Weiß ich mal, so ein Moment, wo alle sagen, wo sich alle drüber unterhalten, das gab es jetzt noch nicht. So wie eine Verwechslung oder irgendjemand sagt was Falsches und so. Bis jetzt ist alles noch sehr clean. Bin mal gespannt, ob dies ja irgendwas passiert. Ja, die Verwechslung. Noch keiner gestolpert beim Hochlaufen. Also du bist locker 20 Sekunden hinterher. Drei sehr schöne Damen. Das ist aber eigentlich ein Kontrast, ne? Die drei Kleider, so... Ja. Das eine dann zugeknüpft bis zum Hals. Beste Animator-Film kommt jetzt. Ja, da hatte ich ja Raya und der letzte Draper getippt. Dann bin ich für Encanto. Ja, könnte auch sein. Wo ich es auch schön finde, wenn ich jetzt mal einen Außenseiter bekommen würde. Also kein Encanto, kein Raya, kein Luca. Du meinst den Flea, ja? Ja, oder so Mitchells, ja. Ja, leider nicht. Ich sag's dir noch nicht. Gut. Encanto, ja, okay. Ha, ich hab einen Punkt. Drei, zwei. Die Aufholjagd beginnt. Ja. Da ist halt wieder jetzt Disney, ne? Ja, ich glaub Pixar, ne? Oder? Encanto ist, glaub ich, Pixar. Ja, das gehört auch Disney, oder? Ja, wobei ich find, du merkst, da können auch immer noch Unterschiede, ob's ein Pixar-Film ist oder ein Disney-Film. Nee, klar, aber Pixar gehört Disney. Naja. Ey, andersrum. Hat ein passendes Sakko an, der Typ. Ähm, weil gerade im Chat auch geschrieben wird, ist, siehst du nicht Pixar? Äh, ja, also Disney hat sie ja gekauft, aber Pixar hat erst vor, weiß ich nicht, wie lang ist das hier, ein, zwei Wochen, äh, sich darüber sogar aufgeregt, ja? Weil sie sind ja irgendwo schon noch ein eigenes Studio und sie haben gesagt, Disney redet denen manchmal auch so viel rein, dass sie das manchmal auch richtig ärgert. Naja, klar. Ich hab ja auch geguckt, das waren das, äh, der biegende Ricardos ist ja auch, äh, da hat er, kennst du ja noch Fox Searchlight, diese Unterkategorie von Fox, steht nur noch Searchlight da. Äh, wenn das so weitergeht, wäre natürlich cool, wenn diese Originalproduktionsteams das trotzdem weitermachen dürfen unter Disney-Banner und auch ihre Art der Filme weitermachen können, das wäre natürlich sehr, äh, sehr schön. Ja. Oder war das der Tammy Faye? Ich weiß nicht, einer von den beiden. Oh, das war der beste animierter Spielfilm, Encanto. Ah, jetzt kommt das, glaube ich, was du meinst. Ah ja, doch, Moogimoments, dann haben sie es doch mit reingenommen, okay. Ja, und da sag ich dir, ich weiß nicht, magst du auch noch raten, ansonsten sag ich, ich sag Avengers Assemble. Naja, nee, da bin ich eher für Matrix dann. Gut. Das macht spannender. Aber ich nehme an, dieser Spider-Man-Moment wird gewinnen. Also, Justice League, glaube ich, auf keinen Fall. Ist das eine Kategorie, die du gut findest, dass die das mal so machen? So ein bisschen kommentiert. Das ist sehr, sehr MTV-Music-Film-Awards-mäßig. Ja. Dieser DJ da oben, Alter. Einfach nur zum Tod lachen. So. Michael Melies ist kein Fan von Encanto. Geht die eigentlich bis um fünf, oder? Ist, äh, je nachdem, ne? Bis 5.20 Uhr. Also wir haben jetzt die erste Stunde geschafft. Ja. Wenn man mal die Werbung abzieht, wäre es vielleicht nur halb so lang. Die Superhelden-Szenen waren einfach nur Fremdscham. Ja, kann man so sagen. Vor allem, was ist das auch für eine komische Mischung gewesen, ne? Matrix, dann Dreamgirls und dann dreimal Superhelden. Ja, Uhr ist umgestellt. Die meisten gehen automatisch. Ja. Yo. Yo. Hey, Lopi-Cruz. hat die eigentlich schon mal ein oscar gewonnen ist ja mal gucken ja war nicht mehr was mit vanillas 3 aber ich kann mir auch vertun so kannst du mal siegheil grüßen das ist ja richtig verarsche ich grüße siegheil das war ja jetzt erst zwei alles gut ist jetzt mein letzten bürger ja dann habt das auch hinter euch ja dann müsst ihr den typen hier nicht mehr sehen mit seinem bürger essen was hast du für ein viel so jetzt können wir mal weiter gehen wo er nicht tun gewinnt so ich habe das gefilmt dass ich so ich wollte rauskriegen ob penelope kurschumann aus gerade ja für Vicky Christina Barcelona von Woody Allen hat sie So, nächstes The Windshield Wipers hat gewonnen bei bester animierter Kurzfilm Ist halt immer komisch, die kriegt man halt schlecht zu sehen diese Kurzfilme meistens Deswegen finde ich es auch wichtig, dass das gezeigt wird weil die sonst ja überhaupt keine richtige Werbung kriegen Jetzt kommt DriveMyCar in der Werbung Das ist was für ein Serie-Mark Ich glaube, dieser wird nicht gewinnen Ganz ehrlich Oh, ne Band kommt Und Das war jetzt schon wieder Werbung. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht für dieses komische Academy Museum. Jedes Jahr wird da Werbung gemacht, wann eröffnen sie das Scheißding endlich. Ach, das hat er jetzt eröffnet. Ja. 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 so das war es mit erwerbung fürs museum of academy er hat man das nicht schon hat er macht was anderes ach die macht glaube ich die herren beste nebendarsteller da haben wir beide syrian heinz für belfast ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 sie nimmt erst mal die weg ja die super die frau aus Parasite it's really amazing that the part we don't know that has reached out to the world and even reaches all the way you know I'll just do wish to buy them Das war's für heute. Ja, quasi jetzt auch schon der zweite Film mit diesem Thema über die Deaf-Community quasi, letztes Jahr war es ja Sound of Metal, wenn ich noch dran erinnern kannst. Das Ding ist halt, ja, es ist halt ein Remake. Die tun jetzt so, als ob das hier Original Content ist, das finde ich ein bisschen komisch. Also man könnte ja mal sagen, vielen Dank an den Film, der uns inspiriert hat, zumindest einmal. Ja, aber finde ich komisch, dass das dann so wirklich ignoriert wird. Ja. Weil der Film ist jetzt auch nicht alt, ne? Verstehen Sie die Milie? Von wann ist denn der? Der ist vor drei, vier Jahre alt oder so. So alt war der nicht. Na gut, 2014 ist es schon. Okay. Aber da war ich im Kino, das kommt mir gar nicht so lange her vor. Also acht Jahre, krass. Na, aber acht Jahre in Hollywood-Zeit sind ja quasi schon drei, drei Dekaden. Da kommen schon, dazwischen waren bestimmt schon 20 Spider-Mans. Na, guck mal, jetzt machen es doch auch ein paar mehr. Jetzt haben sie auch die Lässe verstanden. Ich finde es aber cool, dass die mit ihm die ganze Zeit spricht. Ja, gut. Oh, hast du gehört? 50 Years Godfather Reunion. Ja, passt nicht zur Box jetzt, ja, stimmt. Ach stimmt, sie haben ja gesagt vorhin, Francis Ford Coppola ist heute am Start. Sie wirkt jetzt aber auch ein bisschen verwirrt da neben ihm, er redet da noch ein bisschen die ganze Zeit. Ich glaube, sie ist einfach ein bisschen aufgeregt. Ja. Das ist ja, Weltpublikum und so. Oh, jetzt kommt Werbung. So, ja, der Oscar war, glaube ich, sehr vorhersehbar. Der hat ja schon auch bei Golden Globes gewonnen, ne? Ja. Und man kriegt halt den Bonus halt, ne? Man will ja ein bisschen Diversität zeigen. Da haben bestimmt auch viele gestimmt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Wie gesagt, ist ja ein Remake, Alter. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, der Film. Oh, naja. Aber den Film müsste man nicht irgendwie erwähnen, danke an den Film, der uns hier alles vorgebetet hat. Oder sie sind wirklich der Meinung, nee, wir sind kein Remake, das ist nur eine Anlehnung, oder so? Keine Ahnung. Ja, genau. Ja, hier ist ja, Max schreibt, auch klassische Inklusionsentscheidung. Ja, kann man halt immer, ist auf jeden Fall ein Bonus bei der Akademie. Jesse Plement hätte es verdient gehabt. Ja, meiner Meinung nach, also wie gesagt, zwar nicht für Power of the Dog, aber er hat es auf jeden Fall verdient. Super, ein super Darsteller. Ich habe den doch nie gesehen, dass er schlecht gespielt hat. Wirklich toll. Aber auch seine Frau, er köstend danzt, ist auch eigentlich immer top. Jetzt siehst du nochmal, ähm, äh, Nightmare Alley, das Produktionsdesign, sieht schon alles fett aus, ne? Ja. Hier sind noch Fett, oder was? Ja, ja, schon, aber ich merke gerade, ich sitze ja hier auf der tiefen Couch, mein Rücken macht gerade nicht so mit, irgendwie. Deswegen muss ich mich mal so ein bisschen anlegen, gerade mal zwischendurch. Kein Problem. Hier sind übrigens der Licorice-Pizza-Aufsteller, ne? Ich wollte es nochmal erwähnen. Warte, ich blende es nochmal ein, damit sie auch alle wissen. So, alle drei Mann, die zugucken. So. Ah, schön mit dir zu gucken, da pennt man nicht ein, kann sich gegenseitig ein bisschen verlabern. So. Es wurde gespoilert, dass Dune auch Soundtrack, Editing und Produktionsdesign gewinnt. Ach, wo wurde das denn gespoilert? Okay. Ist ja doof, wenn man das alles schon irgendwie weiß. Das ist ja blöd, wenn man das vorher weiß. Ja. Aber ist nicht schön. Aber danke, dass du uns gespoilert hast. Vielen Dank. Jetzt kann man hoffen, dass es nicht stimmt. Ja gut, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die haben irgendwie ein paar Kategorien vorher aufgenommen. Und da haben sie die erste Reihe quasi auch, glaube ich, mit eingeladen, dass es so aussieht, als ob es live wäre. Warum auch immer. Ja, weil ich finde es totaler Quatsch, weil die Laufzeit ist am Ende ja doch, okay, für das Live-Publikum nicht, aber sonst ist es doch dasselbe für die Zuschauer wie unten. Naja. Aber Tammy Faye ist ja auch so eine Sache. Ja, Make-Up, naja, okay. Sie hat halt das Make-Up und er ein bisschen. Ein Make-Up-Job, ja, der will ja die ganzen Filmdeutsche. Da werden ja Horrorfilme auch ständig übergangen, ne, bei Make-Up. Ist ja unfassbar. Irgendwie eine Frau wird auch altgeschminkt kriegt, einen Oscar, und der Film hat 20.000 Kilo Monster-Effekte und Horror-Effekte, die richtig geil aussehen. Ah, ne, den haben wir natürlich nicht. Stimmt. Ganz selten mal, wie bei American Werewolf in London oder so. Bin ja mal gespannt jetzt. Es wird ja immer mehr auf Deepfakes gesetzt bei den Gesichtern. Ich hoffe mal sowas, ich weiß nicht, ob sowas immer Make-Up gewinnt. Ich hoffe mal eigentlich fast nicht. Ne, Make-Up ist immer klassisch. Ja, jetzt soll es auch nicht sein. Digitales Make-Up wäre ein bisschen komisch. Digitales Make-Up, das wäre echt interessant. Oh, jetzt kommt deine Kategorie, Marc. Da könnte DriveMyCar gewinnen. Ach, ist das der Film über Madonna? The Hand of God. Ja, das war nicht sehr nett, der Marc, dass du das gespoilert hast, wenn das stimmt. Was hattest du da genommen? Hä? Bei der besten internationalen Film? Da hatte ich den, äh, the worst person in the world. Was hattest du? Äh, ich hatte The Hand of God. Ne, DriveMyCar. Damit kannst du aber sehr zufrieden sein, schon sehr, Marc, mit bester, äh, Auslands-Oscar. Was schreibt sie denn auf? Ja, sie waren auch. Kurz und knapp. Sehr schön. Der beste internationaler Spielfilm, Drive My Card gewonnen. Das asiatische Kino hat aber auch ein unglaublich großes Wachstum, ne? Auf jeden Fall. Naja, und Parasite hat das echt gepusht, äh, vor zwei Jahren. Also zumindest die internationale Bekanntheit. Oh, jetzt kommt der Ukraine-Part. Hier to perform, yes! Hier to perform, doesn't help me do, can you still call it a game, but please welcome, Riva Magnetit. Hier to perform. Das ist jetzt der Song aus, ähm, Four Good Days, ne? Somehow you do. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so ein klassisches Ding, finde ich, ist jetzt nicht so eindricksam, dass ich denken würde, wow. Ja, es ist irgendwie so ein typischer, ja, du kannst alles schaffen, was du willst, Song, ne? Genau, genau. So würde ich es auch probieren. Ja, so würde ich es auch probieren. Ja, so würde ich es auch probieren. Ja, jetzt gibt es eine Schweigeminute für die Ukraine. Und Werbung. Also das war es jetzt, sie haben einfach eingeblendet, es ist schlimm. Okay. Du hast in meiner Schweigeminute reingesprochen. Tut mir außerordentlich leid. Also wir haben, sie werden den Präsidenten wahrscheinlich nicht einblenden, das heißt, morgen haben wir dann ein Video, wie Sean Penn seine Oscars einschmilzt. Ja, ich bin gespannt. Aber wenn, die scheinen ja alle Lieder zu performen, ne? Ja. Also da bin ich gespannt, ob ihr aus Belfast, wenn Morrison singt, das wäre der absolute Shit, ey. Wie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass er noch lebt. So haben wir ungefähr die Hälfte geschafft von Oscars. Ja, aber wie gesagt, gar nicht verkehrt. Ja, aber auch irgendwie nicht spannend, aber auch nicht, ne? Ne, es ist das, was du eigentlich schon vorhin gesagt hast. Es ist noch ein bisschen sehr glatt alles, ne? Also keine irgendeine Momente, so. Vor allem haben sie auch irgendwie die Hosts, so oft kommen die jetzt gar nicht dazwischen und machen irgendwie Witze, ne? Ne, stimmt. Also wenn ich da noch an diese 2000er Jahre denke, wo mal Chris Rock da war oder Seth MacFarlane, da gab es richtig gute Momente. Und auch, wie gesagt, Billy Crystal sowieso mein Lieblingsding war, wo Steve Martin zusammen mit Alec Baldwin gemacht hat. Das war auch eine tolle Oscar-Ding, wenn du dir das mal anguckst online. Die waren richtig gut, ey. Die haben richtig gute Sachen gemacht am Anfang. Ja, das war dann noch wirklich Entertainment, ne? Ja, und halt auch so oldschool, ne? So richtig schön Showmanship und sowas. Das haben sie heute irgendwie ein bisschen verlernt alle. So, dann schauen wir mal. Jetzt schon einiges abgehackt. Mann ey, wann kommt denn endlich die erste Kategorie, wo Lickorisch Pizza dabei ist? Warte, ich blende es dir nochmal ein, Flo. So, guck, dass du es nicht vergisst. War das nicht auch im letzten Jahr so ein Problem, dass sie da irgendwie sich so zu viel Zeit gelassen haben und am Ende haben sie irgendwie schnell aufs Tempo gedrückt? Hm, die hatten dann am Ende haben sie gesagt, bester Hauptdarsteller und dann kam Anthony Hopkins und alle haben ja gedacht, der Chadwick Boseman gewinnt und da haben sie ganz, ganz schnell abgenudelt, weil auch Anthony Hopkins ja gar nicht da war und ja, das war dann lustig. Sie haben gedacht, so als krönenden Abschluss bringen sie das, weil sie auf Boseman gehofft haben und dann hat er bei Hopkins gewonnen. Völlig zu Recht, meine Meinung nach. Ja, dann haben sie es dann schnell abgewiegelt. Also letztes Jahr war eine einzige Katastrophe. Quella. Den fandst du ja gut, ne? Ich war den gut, hat es so gut gemacht. Ja. Die an ihr habe ich ja auch nichts auszusetzen. Ich mag es ja auch nicht. Die mag ich ja sowieso. So, mal sehen, was jetzt nächstes kommt. Eine Party Reunion kommt noch. Da bin ich mal drauf gespannt, wer da aufkommt. Ah, Al Pacino haben sie vorhin auch genannt und Robert De Niro. Die kommen auf die Bühne. Das ist jetzt auch wieder eine Kategorie, die ist aufgezeichnet. Leicht ein bisschen Schwertfilm, ne? Habst du da irgendwas gesagt vorhin? Hm, warte mal. Oskar, vielleicht nackte Kanone denken. Die war einfach spitze. Absolut. Ich habe ja vorhin gepostet auf meinem Facebook die nominierten Filme aus die nackte Kanone 3 und da muss ich immer übelst feiern über die Texte. Riz Ahmed hat da mitgespielt, wusste ich gar nicht. Ach, Gell-Modell Toro ist auch da? Riz Ahmed hat da mitgespielt. Von der Lupita, die Junge, hat man auch nicht mehr so viel gehört, ne? Die hat bei 12 Years a Slave mitgespielt. Und dann... Stimmt. Jetzt kommt Kostümdesign, glaube ich. Da habe ich ja Nightmare, Elli, und du hast auch Tune, ne? Ja, genau. Obwohl Cruella hat modisch, haben die auch tolle Sachen dabei gehabt. Oh, egal. Ja, aber ich bin immer nicht so Fan von Kostümen, die sich in den Vordergrund drängen, wo man denkt, okay, jetzt sehe ich Kostüme. Weißt du, was ich meine? Hm. Ist halt leider immer das Problem. Na gut, es geht aber nur um Mode, ne? Das ist ja klar. Ja, halt. Ich glaube, die hätten es alle verdient, gell? Aber West Side Story werde ich vielleicht... Das finde ich ein bisschen... Naja. Oh! Cruella! Ja, du siehst ja, das ist das, was ich meinte. Da war modisch, war da schon gut was dabei. Das kam mir auch gerade echt durch den Kopf noch, ja? Naja. Cruella gewinnt bestes Kostümdesign. Ja, da haben die schöne Sachen schon entworfen. Ja, ist aber auch alles so ein bisschen übertrieben, ne? Sieht aber cool aus. Ja, das ist das. Ja, danke. die sind solche leute will ich halt auch live sehen ich finde das blöd wenn die das draus nehmen würden ja absolut ich fand sie halt einfach nicht böse genug sie war ja dann irgendwie eine heldin am ende das habe ich überhaupt nicht verstanden und sie hat nicht einen scheiß hund getötet jetzt endlich die party reunion man naja das macht er die note hier diese erinnerungs section war ja auch noch nicht mit den verstorbenen ja könnte kann ich sonst immer relativ auch am ende später hier was dem geld schreibt mit diesem herzschmerz den hat diesen ja schon versucht irgendwie bei cruella mit einzubringen ja indem man sie gesagt hat ja das war ja fast schon diese es war ja schon war ja zwischen ella und cruella und dann hat sie doch irgendwie den weg der cruella beschritten so hat man versucht so ein bisschen herzschmerz technisch zu inszenieren aber naja okay die performance ja jetzt weiß ich was du meinst naja ist ja für ein kinder bild findest du dieses bühnenbild an sich dass man das so macht wie so nachtclub anstatt halt so richtig so ränge wie damals immer es sieht sehr modern aus aber es nimmt halt im ganzen glamour wieder irgendwo das denkst du ja ich finde das auch nicht irgendwie ist also irgendwie so vor allem dass er dann vorne halt die ganzen leute setzen die ganzen bekannten und so und dann hinten irgendwelche anderen das sind meine ersten reihen jack nicholson mit der sonnenbrille jetzt sieht es aus ob sie durch den club laufen und die wo vorne sitzen die haben einfach nur so stühle sagen jetzt sind wir so verloren aus so ein bisschen sieht und da das lief für die armen kohle arm gefällt mir nicht so dann hätte ich doch lieber gerne wieder die roten stühle wenn ich doch lieber gerne wieder die roten stühle das ist dann mal eine spektakelshow da ne ja hinten tanzen sogar ein paar auf den tischen zeigen jetzt auch nicht gut wenn jim carrey als die maske rauskommt und mittanzt so wir haben werbung so jetzt wirst du langsam irgendwie was cooles noch passieren weil ich werde echt müde also besser als letztes jahr aber es wird auch nicht besser irgendwie könnte nicht mal was witziges machen oder keine ahnung ja aber auch wie du schon sagst also irgendwie was was irgendwie die moderation betrifft da hast du dann am anfang das gehabt und sonst passiert da doch jetzt gar nichts mehr groß nö ist weg also den einen joke gemacht mit dem corona test und dann war es vorbei ganz toll wenn ich mir manchmal steve martin zurück oder so was irgendjemand der man witz macht die leute verarscht oder so wenn sie richtig cool werden würden sie dann auch ricky jv mal holen ich glaube ich hätte auch einen guten abend wenn seth rogan das mal machen würde ja das wäre auch okay wir sollen den trailer gucken von taylor rake jetzt erst mal das plakat an von dem film keine ahnung was so erzähl mir was die ersten großen gena von hirn ja jetzt gleich um vier taylor rake extraction auf netflix der sieht sehr bescheiden aus der film naja mal schauen ich konnte mir mal an irgendwann mal so bei mir läuft hier noch west side story naja bei mir auch ich weiß nicht ob ich den film jemals gucken werde nee es ist wirklich es ist eine qual weil wenn ich diesen wenn ich west side story sehe will dann gucke ich halt west side story gucke nicht irgendwie eine moderne version die aber die ganze zeit alles so machen will wie der alte mhm denn es lässt mich ja immer noch aufhorchen dass halt spielberg da in regie geführt hat aber ja aber komm er ist in den letzten jahren auch nicht mehr so der hit ne also ready player 1 spielberg ist nicht mehr das was er mal war früher so ne ne also ready player 1 damit kannst du mich jagen ja jetzt mach doch mal eine fette show einlage hier alter oder soll mal einer stolpern oder mal einen witz machen der nicht angebracht ist ja auch ein bisschen haben wir schon getanzt wenn ich grad äh war letztes jahr irgendwas krasses weiß gar nicht mehr ja krass scheiße es geht weiter ja favorite film musical ja das ist gut ich weiß nicht ob du schon siehst jetzt mein eigenauswagen meinst du sie hat sich verkleidet als king richard nein das ist doch mal was Okay, das hat ein bisschen was von Melissa McCarthy, wie sie da hängt, aber... Ja. Ach ja, Juno. Naja, das musste jetzt natürlich auch noch sein. Boah, LMPH, ey, Wahnsinn. Was hast du gerade gesagt? Das heißt doch Elliot Page. Ach so, ja, okay. Oh, oh, jetzt bist du gecancelt, Alter. So, jetzt kommt, bestes Drehbuch, jetzt bin ich ja gespannt. Ist das nicht jetzt auch eine Licorice Pizza Nominierung? Jawohl! So, jetzt wird es spannend. Bestes Drehbuch. Ja, es ist gucken, ob er jetzt auf dein heißer Film da was kriegt. Leider nicht. Leider nicht. Aber Kenneth Brenner hat es auch verdient, der hat auch eine absolut gute Karriere gemacht. Welche hast du vorhin gesagt als Drehbuch? Genau den. Verpick, das hast du ja schon vier Punkte. Ich sage, der Drehbuch habe ich schon geglaubt, aber ich glaube, es wird nicht bester Film. Ja. Verdammt, Licorice Pizza hat schon einen Oscar verloren. Aber am meisten würde ich mir für Licorice Pizza eigentlich Regie wünschen. Hast du eigentlich tot auf dem Niel geguckt mit ihm? Noch nicht, aber ich fand den ersten ganz cool. Ich habe jetzt von vielen gehört, die ihn schon gesehen haben, dass der bei Weitem nicht so interessant ist und ein bisschen sehr nachgelassen hat. Ja, habe ich auch gehört. Schade eigentlich. Ich mochte den Trailer ja mit dem Deepish Mode Song. Ja, mach's den. Ich gucke den auch irgendwann mal jetzt, aber fürs Kino bin ich jetzt nicht extra hingegangen. So, wir haben es jetzt vier Uhr auch schon, verdammt. Hast du Disney Plus? Ja. Dann kannst du ihn in zwei Tagen gucken. Ach, da ist er draußen, ja? Ja, da ist er. Das ist Disney Plus. Bei dem Kleid fällt da aber auch fast alles raus. Da betest du, dass dieses Brustklebeband hält. Ja, aber da waren heute schon einige Kleider, wo ich dachte, oh Gott. Ja. Achso, wer kommt jetzt? Bestes adaptiertes Drehbuch oder was kommt jetzt? Ja. Was hast du da? Warte, ich gucke. Da habe ich Support of Doc. Wer? Wer? Ich sag's dir, Alter. Was hattest du? Warte, 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 warte. Wie habe ich mir das nicht gemerkt eigentlich? Frau im Dunkeln, Maggie Gyllenhaal. Könnte aber Kona werden. Naja. Gut, aber da wird wenigstens erwähnen, dass das basiert auf dem Film, ne? Buh! Buh! Power of the Talk! Buh! So, mal sehen. Kona hat, glaube ich, gewonnen. Das ist das für ein cooles Kleid, ey. Geal, okay. Okay. Ja, Joshua scheint aber auch gut dabei zu sein Das ist doch kein Kleid Was denn sonst? Ja, eine Disco-Kugel Sieht irgendwie ein bisschen aus, wie wenn der Terminator ausgehen will Hadell Jetzt muss ich auch mal gucken Jetzt gucke ich aber mal, ob Verstehen Sie die Billets, damals nominiert war für einen Auslands-Oscar Wenn nicht, fände ich es ganz schön verlogen Ne, war er nicht Aber sie geben dem Remake zwei Oscars Interessant Das ist halt so ein Melodramen, das kommen halt auch viele an, so mit Gefühlsduselei Fan-Favorite-Movies Ja, ich bin ja gut, ich bin ja gut da, wie ich es glaube ich es glaube ich muss, dass die Welt Ich bin ja gut da, wie ich es glaube ich bin ja gut da, wie ich es glaube ich es genau hole ich mich ist in die Welt das wird fürchterlich erfüllen ja danach kommt noch ein schlimmer so eine kacke mal bei den oscar sie ist ja Also kommt nachher doch der Fan-Favorit-Film raus, ne? So, Werbung. Werbung. Leute. Wenn die Eilis kommt gleich, steht da. Oh Gott, da schlafe ich erst recht ein. Also ich glaube, wenn ich nicht sitzen würde hier mit dir und jetzt im Bett liegen würde, wäre ich bestimmt schon weggeknackt. Ich will einfach nur nicht, dass Billie Eilish den Oscar gewinnt. Ne, wie gesagt, das ist ja einfach nur Skyfall 2, das Lied. Da gibt es auch eine Version auf YouTube, könntest du mal eingeben. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Da gibt es auf YouTube ein Video, da ist Skyfall über das neue Video, über das neue Lied gelegt und man denkt echt, es ist ein Lied. Das ist unfassbar. Wie frech. Hast du eigentlich irgendeinen Bond-Song, wo du sagst, das ist mein Favorit, so auf die Stelle? Ja. Oh, hier, Duran, Duran. Das ist auch cool, ja. Wie heißt das denn nur? Room with a view? Trusting you. With a room to a kill. View to a kill. Ja. Ja, das finde ich ziemlich cool. Ist natürlich kein klassischer Bond-Song, aber ich finde halt das Lied cool. Ist auch bei mir kein klassischer Bond-Song, nämlich You Know My Name von Chris Cornell. Fand ich geil. Zu Casino Royale. You Know My Name. So, da müsste ich nochmal nachgucken, also das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich fand auch Goldfinger, Goldfinger ist natürlich, finde ich, der klassischste Bond-Song. Ja, Goldfinger. Genau, Golden Eye. Das hier von Jack White war auch nicht schlecht. Ah ja, aber irgendwie muss ich dann ständig an die, wann war das, Pepsi oder Cola, muss ich denken, ist in die fern drauf und runter. Ja. Was haben wir hier noch? Jeder andere Film hat ein besseres Drehbuch. Beyoncé wird Best Song gewinnen. Ah, das sehe ich noch nicht, glaube ich. Ah, wir sind mal gespannt. Wenn Coda Best Picture gewinnt, wäre nach Nomadland der nächste Supergau. Ja, aber wenn Power of the Dog gewinnt, wäre es auch ein Supergau. Ich kann nochmal bei Power of the Dog meinen Hauptkritikpunkt nennen, wenn du das hören willst. Ja, schüss mal, los. Das Ding soll ja ein Western sein. Wo ist der Western in diesem Western? Also es gibt keine tollen Szenen, die irgendwie richtig was Western-mäßiges hermachen. Es gibt keinen Herdentrieb, es gibt kein Unwetter, es gibt kein Shootout, es gibt kein gar nichts, außer ein Banjo-Duell. Also ich hätte mir irgendwas gewünscht, was irgendwie die Charakterstimmung unterstützt und das verherrlicht. Stell dir mal vor, die wären in einen Sturm geraten und müssten vier treiben und währenddessen kommen Sachen raus und du hast die ganzen Umweltdinger dazu und so. Und halt irgendwas, was halt irgendwie einen Westen ausmacht, so. Weißt du, ich meine, oder das hat mir, also für mich ist das, der Western muss bei dem Film nicht sein. Der könnte auch sonst wo spielen, wo irgendeine Hierarchie funktioniert. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall ist jetzt sehr, sehr hängen geblieben, als du gesagt hast, es gibt kein gar nichts. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Die haben halt alle Hüte auf und dann ist es halt ein Western anscheinend. Score! Dann schauen wir mal, ob der Score gewinnt, der gespoiert wurde. Ja, Tune gewinnt, bester Soundtrack. Ja, das finde ich echt eine viele Entscheidung. Ich auch. Ich finde es einfach schon komisch, wenn man so einen Soundtrack macht. Der irgendwie, ähm... Weißt du, ich habe das Problem damit, ich verbinde den Soundtrack mit diesem von Null auf 100, die so... So, Hauptsache laut, irgendwie. Ja, ja, und dann halt auch so ein bisschen, einfach so ein paar Chöre reinhauen und ein paar irgendwelche komischen Klänge, dann hast du gleich so einen esoterischen Hauch, äh, weiß ich nicht. Rami Malek sieht aber aus wie ein Psycho manchmal. Jetzt kommt eine Freundin Billie Eilish. Ja. At the sky fall... Ach, nee. Ich muss ja das andere singen. Hör jetzt mal den ersten Takt an. Es ist wie, als ob Skyfall losgeht. Es ist gar die gleiche Tonlage, Alter. Ja, wie fängt es an? This is the end. For this is the end. Es ist exakt das gleiche Lied. Es ist so ein bisschen verschoben, ein bisschen, dass es noch irgendwie als anderes Lied durchgeht. Aber es ist das gleiche Scheißlied von einem One-Hit-Wonder, das die ganze Zeit gefeiert wird, als ob es die nächste, was weiß ich, Aretha Franklin ist. Ist er aber nicht. Also, gut. Aber der hat den Oscar gewonnen, ne? Wenn es dasselbe ist, dann muss ich auch gewinnen, ja? Stimmt, weil, äh, die, äh, Koda hat ja jetzt auch als Remake schon zwei Oscars gewonnen. Wo ich das ja ganz witzig fand, ne? Der Song war schon längst raus, dann haben sie tausendmal den Film wegen der Pandemie verschoben, sodass der Song schon wieder alt war. Ja. Ich finde das mit den Lichtern um sich rum cool. Das ist so eine Anspielung auf die Laser immer bei James Bond, glaube ich. Naja. Jetzt weiß ich, es ist Skyfall ohne einen gescheiten Refrain. Also dieses Jahr sind auf jeden Fall, äh, äh, Kleider in, wo man denkt, die haben einfach nur so ein Bettduch drüber gehofft. Ich finde, bei dem Song, ich meine, viele sagen, ich kann das jetzt nicht so beurteilen, dass es eine tolle Sängerin wäre, aber bei dem Song kann sie ja damit gar nicht berufen, irgendwie, ne? Gibt es keine Stellen, wo sie gut singen könnte jetzt? Ja, sie singt schon gut, aber es ist halt ein langweiliges Ding halt. Es ist einfach, naja. Ich weiß nur, dass sie ja sehr viel in den Schlagzeilen war, weil sie die jüngste Künstlerin ist aller Zeiten, die einen Bond-Song singt. Ja. Ja. Ist mir aber, ist doch scheißegal, ey. Die nehmen doch immer quasi das, was gerade am angesagtesten ist. warte jetzt kommt chris rock noch eine stunde dieses jahr noch kein skandal noch keinen ausrutscher ich finde es langweilig unmöglich und noch kein wer gestorben ist segment aber auf der dock hat es jetzt auch noch nicht hat jetzt schon was gewonnen das wäre so geil wenn die komplett nichts kriegen so hart feiern alter ja das wäre auf jeden fall dein heilandern des tages wenn ihr mehr zuschauer wollt müsst ihr euch auch um diese kümmern gute nacht ja gute nacht also ja wir haben doch gesagt wir gucken die oscars halt zusammen wir wollen es halt auch gucken wir können sich die ganze zeit rein labern können uns gerne was fragen wenn ihr was wissen wollt ansonsten wir können wir gucken jetzt hier an die oscars und so ist es heute außerdem ist es 4 uhr 20 ich glaube das sei uns verziehen dass wir jetzt nicht übrigens hat gut drauf sind oder ich bin ein bisschen bisschen müde langsam ja wo ich muss sagen ich bin noch verhältnismäßig im vergleich zum letzten jahr bin ich noch sehr fit naja ist aber auch eher energielieferanten reingehaut ich habe mir noch einen kaffee machen müssen so pull me once pull me twice so ich habe mich nicht mehr die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, dann wäre es doch schon ein bisschen krasser. Regina Bels anzuredert mich aus irgendeinem Grund stark an Scarface. Oh! Sie haben jede Stunde eine andere Musikuntermalung. Erst so ist der DJ, jetzt die Band und jetzt am Ende ist es doch noch ein Orchester. Sehr gut. Na gut, dann haben sie eine Mischung im Best-of draus gemacht quasi, ne? Keine schlechte Idee. Ja, Chris Rock, jetzt kommen ein paar Sprüche. Jetzt muss ich mal kurz zuhören hier. Ich glaube, du hast nicht mehr. Ich glaube, der Paul hat gesagt, KING LAN hat nichts mehr. Ich glaube, du hast es wirklich gut. Du hast die zerstörte jobbe. Ich denke, du hast die Zerstörte. Ich denke, du hast nichts mehr. KING LAN hat nichts mehr. KING LAN hat nichts mehr. Ich denke, du hast es nicht mehr. Ich denke, du hast es nicht mehr. Siehste, den Typen brauchste. Ja, schon sind's da alle gut drauf, ne? Oh, was ist jetzt los? Was ist da los? Hast du da jetzt deinen Moment? Das war, das war der Moment, Alter. Ach du Scheiße! Das war echt! Da kommt, da kommt ein Typ raus, der mal nen Witz macht, der ein bisschen drüber ist und der kriegt ne Mausschäle, Alter! Was? Er hat einen Witz gemacht, dass die G.I. Jane 2 mitspielt, weil sie ne Glatze hat in dem Film, äh, 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 DRA Wow, was ist, ist das jetzt ein schlimmer Witz gewesen oder was? Alter! Er hat's halt irgendwie persönlich genommen, ne? Das ist aber jetzt grad, das fand ich jetzt ein bisschen echt hart, ey! Das war so leise bei mir, was hat er genau gesagt zu ihm? Er hat gesagt, äh, er kann nicht auf die, äh, auf die Akte Jane Teil 2 warten, weil, äh, weil, ähm, Jada Pinkett Smith halt ne Glatze hat. Naja, aber was hat der Smith gesagt? Er hat gesagt, er hat eine reingehauen und hat gesagt, du lässt den Namen meiner Frau aus deinem verfickten Mund raus. Also, äh, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, ja. Ich glaub, tatsächlich, äh, bei den Smiths, also alles, was mit Familie zu tun hat, da lassen die nichts dran, ne? Oh, Alter, das gibt, das gibt Beef, der Chris Rock sieht ja total fertig aus. Summer of Soul hat gewonnen, den hab ich getippt, Gleichstand. Aber Joshua ist weiter vorne mit 5 Punkten. Alter, das fand ich jetzt so heftig. Ja. Ich hab gedacht, das war nicht, ich hab gedacht, das war eine Show-Einlage. Naja, du hast ja auch irgendwie das Gesicht von Chris Rock gesehen, so. Äh, äh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ich fühl's noch mal drüber. Oder weißt du halt, weißt du, die Mausschelle hätte ich vielleicht noch verstanden, aber danach das Rumgeschrei und das so, das war ein bisschen übertrieben, also wirklich. Danke. Aber okay. Warte mal kurz. Ah, okay. Der Smith, äh, okay, gratuliert allen, okay. Krass, ey. Also, wir haben grad gelernt, man darf keine Witze mehr machen, es ist alles, man muss jetzt alles absegnen vorher, sonst ist man, sonst kriegt man einen in die Fresse. Ja, aber du siehst es im Hintergrund auch, ne, Chris Rock ist noch so ein bisschen. Hm. Oh, mein Bild ist weg. Ja. ProSieben hat grad das Bild abgebrochen. Was ist denn jetzt los? Hat Chris Rock eine Schlägerei mit Will Smith oder was? Ist es bei dir, läuft es noch? Ne, jetzt ist es auch vorbei. Was ist denn jetzt los, Alter? Ich hab nur gerade gesehen, wie Chris Rock nur so ein bisschen so, ich hab so nach dem Motto gemacht da im Hintergrund, ich weiß auch nicht, was es sollte und jetzt ist es mit weg. Ja, krass, Alter, was ist denn da los, Alter? Ich glaub, die haben alle ein bisschen zu viel im Tee, Alter. Ey, das sind, die werden da gefeiert für ihren Scheiß für Millionen und da kommt mal ein Spruch und auf einmal fühlen sie sich auf hier, Alter, wie die, das gibt's ja überhaupt nicht. Alter. Und jetzt war grad übelst die emotionale Ansprache? Störung ProSieben. Schön ProSieben. Schön, supergeil. Ihr habt einen Job, ihr müsst das einfach nur übertragen. Ach, ne. Ja, Serib Mark, das ist grad wirklich passiert. Das ist der heftigste Oscar-Moment gewesen seit, ich weiß nicht, seit wann das Ding geht in die Geschichte ein. Okay. Und ich glaub, ich glaub, äh, ich glaub, das wird übelst hart morgen. Das ist morgen überall in der Zeitung. Oh, jetzt gehen sie, es geht weiter. Oh nein! Ist doch nicht euer Ernst. Ich glaub, Chris Rock muss morgen auf Entschuldigungstour durch die USA gehen. Okay, jetzt geht's ja. Bitte willkommen, Sean Denny Combs. 아 Vielen Dank. Also ich fand das echt voll daneben von Will Smith. Ohne Scheiß. Oh, jetzt kommt der Party Reunion. Das war auch voll der... Hier, G.A. Jane, wir waren nicht schlimm. Das war auch ein ganz normaler Witz. Also das war nicht mal irgendwas Schlimmes. Also ich bin auf einmal wieder wach, sag ich dir. Der Party kommt jetzt. Das war ein ganz normaler Witz. Das ist ein Kontrastprogramm, ja. Sollen das jetzt, weil es Gangster sind, muss jetzt Gangster-Rap drunter oder was? Also ich komme nicht drüber hinweg, Alter. Das war echt eine geile Schelle. Weil mir wirklich todernst sauer wurde, ne? Ja. Und dann gleich wieder, jetzt ist gleich wieder alles gut. Oh, guck dir das mal an. Das war ein absoluter Hollywood... Pacino, De Niro, Francis Ford Coppola. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Filme. Hast du in deine 4Ks reingeschaut gehabt, oder? Ja, super geil. Ja. Ja, das könnte auch mal aufstehen, Alter. Das waren noch Filme, Junge. Ja. So, aber die Oscars sind noch... Lange vorbei, die Zeit. Ich muss auch unbedingt noch mal The Irishman gucken. Ja. Mario Puzzo. Oh, sie haben sich vertragt. Er hat den Produzenten gedankt, mit dem er sich immer viel gestritten hat. Sehr schön. Also, dieser Beat unter dem Pate-Zusammenschnitt ist... Ach, ne. Ne, ist auch... Möchte ich auch wieder vergessen. Also, können wir ganz noch mal kurz über die Mausschelle reden? Leute, Alter, Wahnsinn. Also, jetzt mal ernsthaft. Hier steht sie auch im Chat so... Was denn? Ich fand den G.I. Jane nicht schlimm. Also, es war doch jetzt nur ein Witz, dass sie halt im zweiten Teil mitspielen könnte, weil sich Damien nur damals berühmterweise eine Klatze geschnitten hat. Ist das jetzt so schlimm? Ich hoffe es nicht, ey. Das ist ein... Also, der Chris Rock, der macht sonst viele härtere Sprüche. Das ist wirklich... Da geht ein so Kindergarten-Ding halt. Nein. Jetzt muss ich auch Jada Pinkett-Smith gefallen lassen, wenn die in der ersten Reihe bei einem Oscar sitzt, einfach nur, weil sie mit Will Smith verheiratet ist. Die Frau hat seit Jahren schon nichts Gescheites mehr gemacht. Da kann man doch mal ein... Ich habe gar nicht drauf geachtet. Hast du drauf geachtet? Will Smith habe ich nur noch gesehen, wie er sauer war und ihm da halt die Maulschel gegeben hat. Aber ich habe gar nicht auf ihre Reaktion geachtet in dem Moment. Als der Witz kam, hat sie sehr geguckt, als sehr... So wie... Was? Also, die hat da nicht gelacht. Normaler... Also, eine normale Reaktion wäre gewesen, dass sie einfach mitlacht. Weil... Ja, und fertig. Und dann, wie er übertreibt und so. Also, nee, sorry. Das fand ich echt daneben, also. Vielleicht haben wir auch einfach nicht gesehen, wie sie zu ihm dann gesagt hat, Schatz, sag ihm was. Ja. Naja, aber... Das ist ja das, was über Jahre lang hier man sich aufregen kann. Man kann keine Witze mehr machen. Jeder ist immer gleich eingeschnappt und so. Und das ist ja wirklich ein unschuldiger Witz gewesen. Wirklich, absolut unschuldig. Ja. Hat sie Krebs? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na, dann wäre es natürlich... Dann könnte man es schon eher nachvollziehen, aber... Warte mal. Ist doch bestimmt schon gerade News. Komisch, dass nicht... Oh, jetzt kommen gerade die Verstorbenen, oder? Ach, nee, Sidney Poitier. Sehr gut. Extra Tribute. Ja. 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 Jetzt wirst du quasi öffentlich zusammengeschlagen, wenn du einen Witz machst. Obwohl, der Oliver Pocher hat doch auch gestern eine gekriegt. Aber da konnte ich es absolut nachvollziehen, egal aus welchem Grund. Der Mondo, ja wohl. Richard Donner, dieser sind echt viele auch Da waren schon ein paar große Größen dabei, das war ja ein Wahnsinn Schöner Tribute noch von Bill Mary an Ivan Reitman Sonny Chiba ist ja auch dieses Jahr gestorben, stimmt ja Douglas Trumbull ist auch, ja, krass, ey Weißt du, wie das morgen explodieren wird wegen diesem Will Smith Zeug, ey Ja, aber ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also sie leidet wohl irgendwie seit ein, zwei Jahren unter Kreisrunde im Haarausfall und hat sich grüß vor ihrem 50. dazu entschlossen, jetzt mit Platze zu leben Ach, komm, ey Also Christian, pass auf, was du zu mir sagst, ne? Ich habe gar nichts gesagt G.I. Joe Ja, ich weiß nicht, man steckt halt nicht drin, ne? Wenn sie da vielleicht irgendwie privat drunter leidet und er weiß das, was weiß ich Ach, komm, ey, da lacht man trotzdem drüber Ach, komm, ey, da lacht man trotzdem drüber Ach, komm, ey, da lacht man trotzdem drüber Ist aber jetzt ganz anders gestaltet wie sonst Also auf Traurig ist das nicht gestaltet War eine coole Idee, dass die, ähm Dass jetzt manche Leute über sie sprechen, ne? Wie jetzt Jamie Lee Curtis Das ist eine gute Idee, finde ich, das können sie von mir aus weitermachen Immer mal ein paar Leute dastehen, was zu denen sagen, die mit denen gearbeitet haben, ne? Ja, finde ich schön Da feiert man das mehr, anstatt auch so traurig zu machen Sollste eher so ihre Arbeit feiern, anstatt drauf zu pochen, dass jetzt tot sind, weiß ich mal Ja, sie feiern die Leute eigentlich, ich glaube, das ist ja auch Das ist für dich eine coole Idee, wenn man das jetzt so machen wird Ach, er ist ja auch gestorben, aha, krass Ach, dieses Jahr war es echt heftig, ey Ja, auch Corona-bedingt, ne? Jetzt, ja, William Hurt noch kurz, weil er Norm MacDonald ist ja auch gestorben Ja Ah, krass, ey Es sind irgendwie immer mehr, als man manchmal mitkriegt von dem einen oder anderen Ich habe das erste Mal Paul Thomas Anderson gesehen Da war es nicht Jo, es geht langsam aufs Ende zu, 4.45 Uhr Jo Wir haben die ganze Zeit auf den Oscar-Moment gehofft und dann kam einer der heftigsten aller Zeiten Ja, also das hat sich erfüllt für dich Heile Aber es ist doch mal lustig, dass sich auch mal Millionäre schlagen, oder? Muss auch mal sein Ab morgen gibt es bestimmt gleich so ein Computerspiel, wo du hier Chris Rock vermöbeln kannst und so Aber komisch, dass da noch nichts jetzt hier steht bei Instagram und so darüber Oder bei irgendwelchen Nachrichtendingern Ja, auf jeden Fall war es nicht inszeniert, das können sie jetzt noch behaupten im Nachhinein, aber Ne, 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 ne Der Chris Rock hat ja dann fast geheult dann danach Ja, ja, der war richtig, der wusste gar nicht, wo er ist gerade in dem Moment Und Genau, wir waren dabei, als Chris Rock eine Backpfeife gekriegt hat Ja, 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 ja Obwohl das eigentlich Chris Rock, weißt du, er wollte in dem Moment so punkten und einfach gute Laune machen und dann passiert ihm sowas Vor allem, er kam raus, das waren echt gute Sprüche, das war das erste Mal, wo richtig so So ein Moderator wünschte die halt die ganze Zeit, gell, und nicht die ganze Zeit so sowas halbgares wo du übelst aufpasst, dass du ja keinen falschen, kein Wort sagst. Aber du siehst ja, was passiert, ne? Kriegst gleich einen auf die Fresse. Und gestern hat ja der, hab ich ja vorhin schon gesagt, Oliver Pocher hat auch eine gekriegt. Nee, echt? Was denn? Der Oliver Pocher hat bei so einem Boxkampf gesessen, da kam auch so ein Comedian, hat ihm einfach voll die Mausschelle gegeben. Ja. Aber bei dem ist es mir egal. Ja, der teilt ja auch genug aus, ne? Genau, der müsste auch meine kriegen. Das war eigentlich längst überfällig. Weil sie auch ein bisschen hat, so Francis Ford Coppola, El Pecino und den Nero zu sehen. Aber die sehen ja jetzt schon richtig trotzdem ganz schön alt aus, ne? Ja, aber überleg mal. 50 Jahre, Pate. Äh. Da war Pacino in seinen 20ern. Ich weiß, ist er schon 80? Wie alt war er denn bei der Pate? El Pecino. 81 ist El Pecino. Möge er noch ein langes Leben haben. Ja, ja. Robert De Nero ist 78, das ist Robert De Nero ist drei Jahre jünger als Pecino, das wusste ich gar nicht. Und Francis Ford Coppola ist 82. Der ist nur ein Jahr älter als der Pecino. Oh, krass. Da waren die ja gleich alt bei der Pate, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahnsinn. Die Frau von Will hat wohl Haarausfall und hat offen darüber gesprochen. Wow. Haarausfall. Was für eine schlimme Krankheit. Ich weiß nicht, ob das für eine Frau ist, ist es wahrscheinlich schlimmer wie für jemanden wie mich. Die Jada Pinkett-Smith, die hat eine Talkshow, wo sie sich hinsetzt und jeden, jeden, wirklich, jeden privaten Scheißbreit tritt. Die hat sogar Will Smith vorgeführt und hat mit ihr offen darüber geredet, wie sie ihn damals betrogen hat. Der soll eigentlich mal froh sein, dass er mal eine kriegt. Ha, 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 ha. Ach, ne. Wie man so einen Witz nicht nehmen kann, Alter, wer sein ganzes Leben lang in der Öffentlichkeit steht, da weiß ich auch nicht. Ja, aber wir lernen daraus, ne, rede nie schlecht über seine Frau, sonst findet er dich. Genau. Production Design. Production Design. Da hatte ich ja Nightmare Ellie. Dune. Der hatte Dune. 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 Ja, Dune räumt echt gut ab. Ich freue mich jetzt sogar für Dune, weil der ein paar auf der Dock reinkriegt. Was kommt jetzt? Soundtrack. Oh ja. Was hattest du dann genommen? Down to Joy von Van Morrison. Richtig gutes Lied. Du hattest Enchando, ne? Ja. Da bin ich jetzt echt gespannt, ey. Bitte nicht No Time To Die. Ich ahne was, ich weiß es noch nicht. Ach komm, nur weil es ein Bond-Song ist. Skyfall 2. Aber gut, wir haben es ja gerade vorhin gesagt, es ist logisch, wenn es Skyfall 2 ist. Ja. Dann kann ja jetzt Skyfall 3 kommen. Ja. Aber da wird Van Morrison nicht performen, es war gerade nur ein Bild von ihm eingeblendet. Tja. Tja. Ja, der weiß ich nicht. Finde ich echt nicht so gerechtfertigt. Absolut nicht. Auch nicht so geil. Vor allem, das kannst du ja auch vergessen, dass die das so instrumentalisiert haben, ne? Das haben die schon dann, das ist glaube ich eher so ein vorgeschriebenes Teil. Ich weiß nicht, ob die da so viel Input haben. Ja. ja gut dass wir nicht da war dann hätte glaube ich will smith winde weichgeschlagen kevin kostner auch nicht pro sieben eine das macht er nicht schon wieder seid ihr zu blöd eine verschissene übertragung eben ist einfach nur das signal weiterleiten und was schon mal gehabt dass es zwei störungen gab es gab mal einmal da war über eine halbe stunde weg von ein paar jahren das heißt aber der kevin kostner moment ist dann auch weg für uns nene erster es doch okay Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass die Re-Direktoren sind, für den Momenten in meinem Leben zu beantworten. Das hat mir geholfen. Das hat mich geholfen. Das kann passieren, wenn man einen Film macht. Man kann es sich ändern. 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 Man kann es sein. Man kann es sein. Man kann es sich ändern. Der leckerlusten... Es ist so wichtig. Welchen Kosten hat es noch drauf? Jetzt wird es spannend Leute Lickere Spitzer bitte Ich glaube es wird Kenneth Brennick Komm schon Komm schon Ja, da ist er, der Oscar für Power of the Dog schon mal Unfassbar Da gehe ich nicht mit überein Nee, 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 nee Naja Also auch nicht was die Regiearbeit betrifft In dem Punkt Ja, nicht gegen die anderen 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 Ich bin mit dem Ja Ich mag ja Jane Campion Die hat ja auch schon gute Filme gemacht Das Piano und so Aber den Film feiere ich halt nicht Ja, gut mit dem Film Ja, das ist alles Ja, genau Ich bin mit dem Film Ja, ich bin mit dem Film Deswegen haben die Freunde alle nebeneinander gesessen. Gucken, was sie da bei der Reunion für ne Musik einspielen gleich bei Pulp Fiction. Ach, der arme Paul Thomas Anderson. Was muss er denn noch alles machen, um nen Regie-Oscar zu kriegen? Tja. Joshua schreibt, Kack-Bonn-Film. Kack-Bonn-Film? Ja, weil hier gerade die... Kämpchen war klar, weil weiblich. Boah, ja, das ist... Kann man sagen, kann man aber auch nicht sagen. Ich meine, der Film hat ja... Also ich hasse den Film so dermaßen. Aber der hat ja trotzdem sauf viele gute Kritiken gekriegt. Muss man jetzt auch mal dann schon zugestehen, glaube ich, irgendwie. Aber gegen Paul Thomas Anderson, sorry. Das ist halt ein Leichtgewicht gegen sie. Es tut mir leid. Also sie ist ein Leichtgewicht gegen ihn, meine ich. Ja. Also ich glaube... Das für Will Smith, das wird eher... Das finde ich von ihm schon blöd, ehrlich gesagt. Ja, aber es gibt's halt, ne? Es gibt... Guck dir mal das coole Bild hier an, schon. Das sieht voll cool aus. Ich glaube, Will Smith macht, wie gesagt, viel mit, aber nicht, wenn es gegen die Familie ist. Ach, komm, ey. Was passiert, wenn Will Smith jetzt den Oscar gewinnt? Na, dann gewinnt er den Oscar. Vielleicht verwamstert dann auch noch jemand, ich weiß es nicht. Dann wirft den Oscar an den Kopf von Chris Rock. So, Freunde, es geht ein Endsport. Es ist 5 nach 5. Pulp Fiction. Ja, dieses Jahr haben sie auch so immer mal so, ähm... So, ähm... Jetzt war jetzt schon mehrfach, ne? So Reunions von alten Filmen und die nochmal drüber sprechen. Ah, nicht schlecht. Okay. 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 Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt wird es spannend. Jetzt ist der Umschlag. Bester Schauspieler. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend, ja. Okay, ich habe jetzt hier Will Swift stehen. Kann ich es noch abändern? Nope. Okay. Okay. Bester Schauspieler. Bester Schauspieler. Bester Schauspieler. Ich werde ja auch an meiner Reaktion nicht zeigen, wer gewonnen hat. Ich halte mich zurück. Weißt du schon? Nee, 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 nee. Ich halte mich zurück. 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 Ich halte mich. Ich halte mich. Ich halte mich zurück. 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 Das machen die wahrscheinlich hinter den Kulissen. Ich halte mich zurück. Die werden die noch mal irgendwie verarbeiten öffentlich dann. Aber war eine starke Ansprache. Aber ich glaube, er war sehr verwirrt, weil er gerade gesagt hat, er will irgendwie ein Gefäß für Liebe werden und haut halt einen rein, weil er einen Witz nicht verträgt. passt nicht ganz zusammen aber das nennt man eine schöne Dramaturgie wenn der Typ auch noch gewinnt ist es sehr interessant ich hätte mir gewünscht dass Chris Rock ihm den Oscar gibt er sagt Sirip Max hat auch Ambassador auf erste meine Liebe harte Nummer ich glaube der hat jetzt auch geheult weil er über sich sauer war dass er sich nicht beherrschen konnte ja gut ja man kann seine Familie aber auch verteidigen er hat einen Witz gemacht über seine Frau einen glanzleichten Witz da muss man nicht verteidigen da ist ja nicht so was er angegriffen hätte ey da tut man nicht so also demnächst wenn jemand einen Witz über mich macht oder irgendjemand den ich kenne dann haue ich mir sofort eine rein oder was ich möchte mich verstehen ich danke da einige ich kann das nicht das ist nicht super ich bin ich habe ja ich habe ich kann das nicht ich kann das nicht ich weil ich kann das nicht aber ich habe punkt übrigens damit habe ich dich überholt alter 5 zu 4 oder hat so noch ein was hat so bei regie was meine regie hatte ich keinen punkt meine ich jane campion hat ja gewonnen du hast keine freunde oder was ja keine freunde ja damit lege ich jetzt einen vorn also das ding wo will swift das wird wird jetzt glaube ich gesprächsthema sei die ganze woche weil er auch noch gewonnen hat er denn nur die mausschelle gemacht hätte ich verstanden so ne aber danach noch dieses rumgeschrei das hat halt ein bisschen dann sehr extrem gemacht die haben bestimmt bei will smith sich auch nicht getraut diese diese gerunda diese gerunda musik zu machen weil sie sonst gleich eine gekriegt hätten jetzt haben sie ja tammy faye hat gewonnen joshua hat sechs punkte liegt vorne ein punkt vorne make up habe ich auch nicht gewonnen was hast du da gesagt ich haus auf gucci ich hatte coming to america was kann man auf coming to america ja das make up war noch der shit aber der film ist natürlich scheiße ja warum ging es ja aber nicht beim make up naja das stimmt wohl der größte mist kann ja einen guten der set story hat noch gar nichts gehabt oder naja 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 Es gibt einen anderen Foto. Die Kameräuser sind die Kameräuser, die Sie-Fillers, die Sie-Fillers sind. Also, es gibt 2700 Menschen, die Sie-Fillers sind. Die Sie-Fillers sind die Sie-Fillers, die Sie-Fillers sind. Die Sie-Fillers sind die Sie-Fillers. Die Sie-Fillers ist die Sie-Fillers. Das finde ich, dass Sie-Fillers würden. Die Sie-Fillers wären die Sie-Fillers. Ah ja, Danny Glover hat übrigens auch einen Ehren-Oscar bekommen. Anthony Hopkins, jawohl! Ja, Anthony Hopkins, ey. Ich verstehe nur nicht, was das mit Transformers soll. Kohle. Ja, Leute, krass. Ach, Christian, ich freue mich irgendwie so ein bisschen, dass du deinen Skandal heute noch bekommen hast. Ja, das hat mich auf jeden Fall wieder wach gemacht. Jetzt kommt beste Hauptdarstellerin, ne? Du warst Kristen Seward und ich war Jessica Chastain, ne? Ja. Ja, genau. Geht's? Du warst denn jetzt? Du warst der Jester, du warst. Jetzt ist ein Jester, der Jester, der Jester singt euch. Ich sage Till. Wie das schade ist das? Wir als Christians, die wir als Sie sind, denken uns, zu lassen, alles und zu lassen. Sie sind sehr schnell geholfen. Das ist alles. Sie sind nicht beteiligt, dass wir sie uns umgekehrt sind, sondern wir müssen uns uns umgekehrt sein. Ich habe ihn geholfen. Ich bin ein ausgegeben für drei Jahre alt. Ich bin einmal in einem Adub, und sage uns umgekehrt sein. Vielen Dank. So, jetzt wird es ernst. Beste Hauptdarstellerin. Ich werde es ja auch nicht spoilern. Ich werde wieder mein Gesicht zudecken, bis es rauskommt. Ich werde es ja auch nicht sagen. Ich werde es ja auch nicht sagen. Ich werde es ja auch nicht sagen. So, jetzt machen wir es ja auch nicht. Das ist die erste Oster und die erste Nomination für Jessica Chance Dame. Ja, ich habe es gewusst. Sehr schön. Boah, ich habe voll richtig gelegen mit den ganzen Hauptdarstellern. Ja, da hast du mich überholt und gepunktet. 6 zu 4. Hätte ich nicht gedacht, schon aufgrund dieser Diana-Thematik, aber gut. Ja, und da der Film auch nicht für bester Film nominiert ist. Ja, aber Jessica und Jess Taten auch echt großartig. Hat es ja echt verdient, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Sehr schön. So, wir hören zu dem großen Finale. Bester Film. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich gespannt. Letzte Chance für Licorice Pizza. Verdammte Scheiße. Ja. Gibt es doch nicht. Ein Oscar, das kann nicht sein. Schade bei so vielen Nominierungen. Good evening. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Liza Spinelli Jetzt wird es spannend, Trommelwirbel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Naja, wenigstens nicht Power of the Dog. Ja, aber jetzt lag ich mit King Richard auch nicht richtig. Nee. Ach komm ey, ein scheiß Remake, das gibt es ja überhaupt nicht. Ein Remake, das auf die Tränendrüse drückt und das Quinten-Oscar ist so vorhersehbar manchmal. Und der Film hinter dir hat nichts bekommen. Nee. Sieger der Herzen. Aber wie der Regisseur von Rick Lerish Pizza immer sagt, the good shit never gets nominated. Ja. Glaubst du nicht, dass in 10 Jahren noch irgendjemand sich Coda reinzieht? Tja. Tja. Regie und? Warte, noch irgendwas meine ich. Nee, ich glaube nicht. Nee, war doch nur Regie. Okay. Okay. Tja. 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 Was muss er denn noch für Filme machen? Hooky Nights, Magnolia, Es Seidne Faden, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, Hard Eight, und jetzt Licorice Pizza, und es reicht immer noch nicht. Naja, Scorsese hat auch erst seinen Oscar gekriegt mit Die Parted, das war ja auch viel, viel, viel zu spät, aber irgendwann kommt er schon. Ja, da kommt jetzt auch kein, kein mehr, oh, Entschuldigung, wir haben den falschen Film gemeint. Da ist das Ding. Hast du Coda so gefeiert, J.K.s? Oder meinst du für Will Smith? Tune war Gewinner des Abends, naja, auch nur in den technischen Sachen, ne? Beste Kamera, aber natürlich sehr groß. Coda ist wirkt, naja, so überraschend finde ich es nicht so, Coda, aber ich hätte auch gedacht, sie geben es eher Power of the Dog. Ach, äh, ja, Skandal Will hat ge... Skandal Will. Also ihr könnt euch jetzt die ganze Woche darauf einstellen, dass jetzt darauf richtig lange rumgehackt wird. Das wird morgen, wenn ihr aufwacht, das wird die ganze Zeit Thema sein, ganz im Tag, das werdet ihr sehen. naja. Ich glaube, Serip Mak ist auch angepisst, da hat er gesagt, wenn Coda gewinnt, ist es absolutes Armutszeugnis. Es ist halt ein Melodram, ein Remake von einem französischen Film. Ja, äh, was soll man dazu sagen, ne? Aber... Hat denn das Original, äh, bis zu einem ausländischen Film gewonnen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, 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 ne. Es wird ja erst erkannt, wenn es auf Englisch gespielt wird. Dabei ist der ja auch schön, der französische. Es geht nur um die Inklusion, nicht mehr um Kunst. Na ja. Kann man... Kann man anführen. Aber ich möchte euch mal was sagen. Ich hab schon ein, mein... Ich hab schon mein... Äh, äh... Meine Instagram-Story gemacht. Willst du mal sehen? Ja, sag mal. Warte. Kommt gleich. Ja. Schmeck auf den Scho. Schmeck auf den Scho. So. Äh, ja, Flo, ich glaube, es hat Zeit zu schlafen. Vielen Dank an alle, die noch da sind, die noch wach sind, die mal da waren, die mal gegangen sind, die eine Maus-Schelle gekriegt haben, die keine gekriegt haben. Puh. Und, äh, Flo, spielst du mit in G.I. Joe 2? Krieg ich jetzt... Krieg ich jetzt auch eine? Keiner, ist es keiner, der irgendwie mich beschützen will, äh... Ah, naja. Gut, dann schlaft alle schön, äh, haltet die Ohren steif und, äh, macht's gut. dann schlaft alle schön, auf geht's. So. 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 Vielen Dank.